Ich höre immer wieder kein... Es ist immer wieder dasselbe Problem. Wo ist der Sound des Games? Ich höre keinen. Ach ja. So. Ich höre zwar, dass der Sound übertragen wird, den ich spreche. Aber wo ist das Game? Wo ist der Game Sound? Ah. Jetzt höre ich auch Game Sound. Ah. Ja. Die Startschwierigkeiten morgens, die sind unübertroffen. Ja, so ist es eben, wenn man PC streamt. So. Worum geht es im Großen und Ganzen? Wie heißt das so schön? Nur ein Spot. Ja. Und zwar werde ich jetzt sowas hier machen. Warum? Spektral-Analyse-Daten durch Missionsbelohnung. Ja. Und, äh, ist die Quinsistenz da dann schon draus? Also, schauen wir mal, was es gibt. Wie es gibt, wo es gibt. ja, mehr brauchen wir eigentlich hier nicht zu tun. Auftrag haben wir. Also, machen wir ihn doch mal. Moin, ah ja. Guten. Es geht dir gut. Gestern den Dino überstanden. Oder den S-Marathon. So, noch ist das Delay innerhalb Spiel und, und, äh, Realität. Relativ gering. Ja, super. Es ist interessant, wie mit Übertragung das Delay immer weiter wächst. Fahrwerk eingefahren. Landing couple retracted. Make way for oncoming traffic. Frameshift Ertrieb wird aufgeladen. Vier, drei, zwei, eins, fuhr. Nee. Ausgeschlafen. Nee. Ich könnte noch mal so, 16 Stunden dranhängen. Schlafen kann ich immer. Also das, 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 da bin ich noch. Nie genug. Immer zu wenig. Ich komme zwar mit wenig Schlaf aus, aber ich kann auch auf Vorrat schlafen. So, jedenfalls komme ich mir vor. So, dann gehen wir mal in die Sternenkarte scheinbar. Weil irgendwie, ja, normalerweise sollte das hier im System sein. Habe ich da irgendwas übersehen? Habe ich da irgendetwas übersehen? Ja, da ist es doch. Blind. Oh mein Gott. Nee, nee. Du bist nicht langsam. Das, äh, es ist tatsächlich so, ich sehe ja, also wann ich was sage und, äh, was ich sehe. Ja, es geht mir ähnlich. Es geht mir ähnlich. Und heute ist in unserer Stadt der große Marathon. 29.000 Anmeldungen hat es gegeben. Na, die Stadt ist so gesagt im Ausnahmezustand halb gesperrt. Du kannst, also, ich, ich wohne auf einer Insel, kann man fast sagen. Und zwar auf der Marathoninsel. Ringsherum ist der Marathon. Na, ich wohne ja ziemlich in der Innenstadt. Und, äh, das, das kannst du knicken, jetzt irgendwo hinzufahren, irgendwas heute zu machen, das ist so, weil du kommst nicht raus, alles abgesperrt durch Polizei und hast du nicht gesehen, ja, dann, dann, dann muss man eben mal ein kurzes Spiel wagen, ne? Geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja, ich muss natürlich auch genau in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Um die Alster. Um die Alster ist gut. So weit räume ich, wie das alles abgesperrt ist. Da ist es ein bisschen mehr als die Alster. Sind ja auch, na, um die Alster rum, sind ja nur siebeneinhalb Kilometer. Also insofern, na, und, äh, Marathon weiß ich ja selbst. Was sind das? 42 Kilometer oder sowas? Also müssen sie den Kreis etwas größer drehen. Äh, ja, insbesondere, wenn man dann, ne, sein Lieblingsspiel spielen darf. Oder kann. Dürfen tue ich es ja nicht, aber machen tue ich es trotzdem. So, wer ist denn am Start hier? Mal gucken. Äh, ja, niemand, der mitspielt will. Gut. Auch nicht schlimm. Oder sagen wir es nur so, äh, Kolumbus, ja, der ist in einer anderen Gruppe. Der ist ja sowieso EOT. So, Mats, Mats Inger. Muss ich jetzt mal gucken. Gucken wir doch mal. Weil, man hat ja auch irgendwie andere Freunde. Ja, zwei sind am Start. Gucken wir doch mal und sortieren mal hier. Nach wer ist am Start? LNG. Okay. Ja, eindeutig andere, andere Staffel und wahrscheinlich auch andere Gruppe. Orbitalflug aktiviert. So, wenn wir mal auf den Scheiß hier. Komm, ein Stück hoch hier. Ähm. Na, falsche Richtung geblättert auch noch. Heute Morgen, äh, ist, Notruf. Okay. Schade. Ich hätte gerne eine Aufprallstelle gehabt, aber man kann nicht alles haben. Das ist so. Ich habe doch jetzt schon Orbitalflug aktiviert. Lädt mich am Fuß hier. Ich mache es immer wieder verkehrt, ne? Oder ich muss es immer zweimal wählen. Also das kommt auch immer vor. So, also das ist hinterm Horizont. Kommen wir um die Ecke, Freund. Schnörkel, schnörkel, schnörkel. So, machen wir ein bisschen langsamer. Ha. Ja, 42 Kilometer, du, das. Da würde ich, der, das wäre, so machen wir mal Nachtsicht an. Damit wir hier auch runterfallen können wie ein Stein. Naja, ich habe ja sowieso die Einstellung, ne? Gesunde Menschen brauchen keinen Sport und kranke Menschen dürfen keinen Sport. Also Sport gehe ich im Moment geflissentlich aus dem Weg, obwohl ich mal was anderes machen wollte und sollte. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Hobbys muss man ja pflegen, ne? Ja. Fahrwerk ausgefahren. Aufgaben. Um, schnörkel. Um. 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 Ist das so abschüssiges Gelände hier oder was? Was soll das? Sag mal, hier liegt doch weit und breit kein Stein, warum kann Ikea nicht landen? Willst du mich äppeln oder was? Ist es hier zu abschüssig? Ich verstehe es nicht. Soll ich schon mal auf dem Weg gehen? Soll ich mich nicht mehr, wenn ich jetzt hier von mir geheißen werde? Ich bin jetzt hier ganz schön. Soll ich jetzt mal, was ich hier? Ja, sie können hier landen. Nein, sie können hier doch nicht landen. Gehst du mir auf den Appel? Ja, gehst du mir hier. Das ist wieder so ein millimetermäßiges Ding hier. Ey, nix ist hier nix und du kannst nicht landen, ey. Ey, glatt wie ein Kinderpopo hier der Hang, ne? Aber nein, nein, hier kannst du nicht landen, hier kannst du nicht landen. Warum solltest du hier landen können? Sind hier geheime Steine oder was? Oder Erzvorkommen? Meine Güte, was für ein Akt. Oh Mann, jetzt, oh, ich muss mal eben kurz das Kind... Papa, 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 Roxy, 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 Roxy... ... ... ... ... ... ... ... ... Das Kind kann auch nerven, ne? Ich habe mit ihr heute Morgen schon die ganze Zeit gespielt. Das hat nicht gereicht. Dunkle Materie. Ja, genau. Alter Schwede. So, und da es Bedrohungsstufe 2 ist. Warum habe ich jetzt keine... Eben ging wieder die Steuerung nicht. Also heute ist wieder der Lack los, oder was? So, Konfiguration. Jetzt müssen wir leider mal den Mavericks ein bisschen konfiguration verwalten. Ah, kommt da ein Schiff? Nö. Ich krieg schon Angst hier. Ach so, das ist, wenn man in dem Bild hier ist, dann zischelt es so rum. Ja, den möchte ich gerne anpassen. Ja. Gib mir mal meine... So, jetzt führe ich mich auch sicher. Ja, dann wird es soweit. Stockduster hier. Das ist ja, dann wird es nicht mehr. Tja, und jetzt... Jetzt wäre Nachtsicht ganz gut. Aber Nachtsicht habe ich nur in dem... in dem anderen Vogel. Alter Schwede, ich dachte, ich hätte dich dran geparkt, aber... Du kannst ja knicken, ne? Danke, langt. So kann es dann passieren. Wie weit ist das andere weg? 250 Meter, aber das ist... das ist mir zu weit. Jetzt fährt man schon mit dem Rollstuhl dahin, echt. Wie bequem ist man eigentlich? Aber im Dunkeln ist mir das alles nicht, ne? Zu viel. Nee, von Haus aus nicht. Die musst du dann... Die musst du dann speziell ausstatten damit. Also ist ein Mod. Das ist ein Mod. Was aber auch Sinn macht. Also, ne? Denn ich kann ja eigentlich viele Sachen so basteln, wie ich dann will. Also... Ja, wo ist er denn? Ist er so tief unter mir, dass ich... dass ich die Anzeige nicht bekomme, oder was? Da ist ein Schatten. Nee, endlich. Nein, endlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, wir sollen jetzt hier wieder einfahren. Shit. Ja, komm. So. 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 Sehr gut. Das war's schon. Mehr gibt's hier nicht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Schächte und sowas, dass die immer an der gleichen Stelle sind. Aber je nachdem, was für ein Szenario sie daraus bauen, haben die selben Schiffe die Schächte immer woanders. Danach müsste nämlich ein Schiff mindestens vier Schächte haben. Aber... Okay. Na super, jetzt kuller ich ihm ein Pech runter oder was? Ah, zack, pappam. So, also wieder rein in die Instanz, raus aus der Instanz. Nur damit man diesen Auftrag anzüllen kann. Ist ja auch nett. Also, sehr individualisieren kannst du die Anzüge. Aber ich ziehe jetzt mal aus Juxentollerei einen mit... Ich ziehe jetzt aus Juxentollerei einen an mit nach Sicht. Licht. Das ist Imsen hier dann. So. Und wenn ich da... Zack. Ne, das war jetzt der falsche Knopf. Da. Siehst du... Na, da ist es nicht mehr ausgekraut. Und ich kann jetzt Nachtsicht anmachen. Und den habe ich nämlich im Exo-Anzug. Weil bei den anderen Anzügen... Da sage ich mir, okay, ich brauche da erstmal keine Nachtsicht. Weil, ähm... Die anderen Sachen sind mir... Sind mir wichtiger. Weil ich da sowieso in der Nähe von der Station kämpfe. Und da ist ja meistens dann in der Station Licht. So. Aber jetzt wieder raus aus der Instanz rein. Fahrwerk eingefahren. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Sprung. So. Jetzt wieder markieren. Abwählen. Auswählen. Du brauchst mir nur 20 Kilometer. So. Jetzt... Long-zorn. Ups. Ja, hat nun ganz und gar nicht hingehauen. Leck mich am Eimer. Daneben nicht. Was muss ich noch machen? Was muss ich noch machen? Ja, super. Das finde ich auch immer so. Du musst dann boosten und boosten und boosten. Und dann entscheidet sich irgendwann das Schiff. Ja, jetzt springe ich mal. Jetzt bin ich bereit dazu. So schön flach, damit man dann irgendwann und irgendwo das Ding dann auch sehen kann. Ist noch angewählt, ist super. So schön flach. So schön flach. So schön flach. Und das sind so Sachen, die gehen mir echt auf den Sack. Wenn du irgendwas dann 30 Mal machen musst oder so. Ist ja schön, dass ich dafür dein Material kriege, aber wenn dann die Objekte nicht da sind, wo sie sein sollten, dann ist das irgendwie so ein bisschen störend. Und dann will man eben nur kurz, nur kurz einen Auftrag machen. Ja, nur kurz kannst du knicken bei dem Spiel. Nur kurz einen Auftrag machst du nicht. Und das zum Beispiel ist auch schön. Und das zum Beispiel ist auch schön. Ich hatte mal Nachtsicht eingeschaltet, fliege raus, fliege in eine andere Instanz. Also ich fliege aus einer Instanz raus, fliege in eine andere Instanz und dann ist Nachtsicht an. Aber hier ist so, ich bin wieder ins Schiff eingestiegen und meine Nachtsicht ist aus. Das habe ich ja nicht mal bei meinem Auto, Mensch. So einen verkackten Service. Theoretisch hätte ich hier jetzt erwartet, ich kann hier landen. Wird ja auch angezeigt für ein paar Sekunden. Und dann bist du knapp über der Erde. Und jetzt muss ich erst eine Rolle machen, damit das funktioniert oder was? Alter, schön. So. Jetzt bin ich doch eigentlich so dicht. Mach da oben das Ding an. Ja. Dass ich sehe, wo ich hin muss. So. Entpacken die zweite. Ah. Das Zeug ist da. Wahnsinn. Achso. Und Buggy brauche ich ja eh. Weil sonst komme ich da oben nicht an. Ja. Das hier ist nämlich zu hoch. Das ist zu weit weg. Da kann ich nichts wegbrezeln. Siehst du? Deswegen muss dann die Unterstützung der Leiter geholt werden. Oh. Hier liegt noch jemand. Äh. Kann man hier nicht sagen. Also. Hier schwebt noch jemand. Kein Kopfgeld festgestellt. Deswegen konnte ich hier auch nicht landen. Ja. Das ist. Weil hier schwimmende Steine sind wahrscheinlich. Oh. Na also auch bei so armem Auftrag ist Buggy eigentlich unerlässlich. Damit man wirklich alles an Material mitnehmen darf. Handbremse gezogen. So. Das sollte jetzt eigentlich lang. Und wieder muss ich meinen Schadenwerfer einschalten. Weil ich bin ja. Es merkt sich das System ja nicht. Ist ja auch schwer zu merken. Dass ich da was vorher eingestellt hatte. Wir sind in einem Jahrhundert, wo selbst bei den Autos hinterlegt werden kann, wie die Sitzeinstellung des Fahrers sein soll. Oder eine anderen fahrenden Person. Kann da mehrere Sachen drauflegen. Und hier ist es nicht möglich, dass sich der Anzug die Scheiße merkt, die du gestern eingestellt hast. So nach dem Motto. Ne. Stattdessen muss man das immer wieder beim Aussteigen neu einstellen. Mein Anzug resettet sich so nach dem Motto. Ja, schon klar. Ja. Stattdessen muss man das immer wieder beim Aussteigen neu einstellen. Ja, also. Muss ich auch sagen. Der Maverick ist so ein Pingpong. Wenn du ohne die Rucksackvergrößerung spielst. Du bist ja eigentlich ständig mehr draußen bei deinem Buggy als alles andere. Es geht natürlich. Muss zu Anfang gehen. So, das Delay ist größer geworden, wie ich gesehen habe. Weil er da kurz mal irgendwie eine Pause eingelegt hatte. Fahrwerk eingefahren. Zum kurzen mal eben. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Vier. Drei. Zwei. Naja, wenn du damit ausgekommen bist. Wenn du teilweise im Stock warst irgendwo. Und du hast einen großen Stock. Dann bist du ja dreimal rein und raus gerannt. Na, oder hier so ein Hub. So ein Riesen-Hub. Da bist du dann nur noch ständig dabei, irgendwie dir zu merken, wo denn irgendwie alles steht und liegt. So gibt es hier irgendwie irgendwo eine Aufprallstelle im Kampfbereich. Sehr gut. Nö, gibt es nicht. Also, ich bin ein Riesen-Hub. Und dann meistens so Zwei Sachen hattest du noch im Schrank liegen Und dann musstest du erstmal rausrennen Entladen und dann Wieder rein Nur wegen zwei Sachen Das war schon manchmal Kurios Aber finde ich gut, dass sie ja überhaupt So was eingebaut haben Dass man es kann Ich muss auch sagen Dass ich das Ziemlich spät Realisiert habe, dass es überhaupt Die Rucksackvergrößerung gibt Eigentlich bin ich dadurch Erst aufmerksam geworden Als Ja Das mit der Individualisierung Ist super Ich bin da erst drauf aufmerksam geworden Als Terminal das mal gesagt hat Dass er erst mal Wo ich so gedacht habe Rucksackvergrößerung Könntest du eigentlich auch mal gebrauchen Aber man muss auch sagen Ich habe die Sachen da Zu Anfang Zwar Vernünftig reingeballert Aber doch Aber doch Etwas falsch Kann man sagen Also Nicht falsch Falsch ist das Nicht das richtige Wort Unbedacht Habe ich das da reingeworfen Und doch war es Dem Ganzen angemessen Wenn ich es jetzt betrachte Ist eigentlich die Ausstattung ganz gut Nur ist mir jetzt aufgefallen Dass ich für bestimmte Aufgaben Doch noch Individualisierte Andersartige Anzüge Nehmen würde Wollen würde So Ja Aber ganz gewirrig Ganz gewirrig DELAY DELAY SEEK Ausflut LEME BOX TRUT We look forward To your arrival The Alliance Will come to you To answer Fahrwerk ausgefahren Fahrwerk ausgefahren Ja das ist sowieso so ein Ding hier in dem Spiel Mit dem Material Ja Also ich hätte mir schon gewünscht Magazinerweiterung Was ist denn eine Magazinerweiterung Das ist ja einfach ein Magazin Was du rausnimmst Und ein anderes reinsteckst Also da wird es ja auch Sinn machen Und wenn bei manchen Sachen Das nicht gehen würde Dann würde ich das ja akzeptieren Also Wenn beispielsweise Die Nachtsicht Nur einmal in eine Anzüge Eingebaut werden kann Und nicht wieder ausgebaut werden kann Dann macht das ja eigentlich Sinn Also weil es nicht irgendwie Vielleicht so ein einfaches Modul ist Sondern Ein Fixum Moin Da ist der Heiko Ja das gibt so einige Sachen Die sind Meines Erachtens nicht So ganz zu Ende gedacht worden Die sind einfach so in den In den Raum geworfen worden So Als ist es Geben wir mal den Auftrag ab Beziehungsweise gucken Ob hier wieder so ein Paket von 50 Millionen lagert Ja gehst du da auch rein Ich habe geklickt Wahnsinn So Was ist das hier Nö Nö Das ist ja nix Ist nix So Aber jetzt Zwei Spektralanalyse Daten So Hollerhi und Hollerha Jetzt fehlen mir aber noch ein paar So Außerdem War das für die falsche Fraktion Deswegen muss ich jetzt erstmal die andere Fraktion so ein bisschen Bauch pinseln Hier unsere Pro Weil die müssen ja nach oben damit sie endlich mal wieder Mit uns Gewitter auslösen Haben wir noch irgendwo ein Kopfgeld rumliegen Ich bin schon wieder auf 8 Millionen Nö da ist keins So ob wir noch ein bisschen Kartenmaterial abgeben damit wir das kompensieren Und schon wieder spielt die Maus der wilde Sau Hau ab Maus So Damit haben wir den Den zwei Einfluss Ein bisschen korrigiert Warte mal Zwei Einfluss sind vier Vier mal ein bisschen Karte So Jetzt können wir auch mal wieder aussteigen und gucken Was wir denn als nächstes machen hier Ja Das stimmt Obwohl ich hab das Also ich mach das ja über Über den PS4 Account Also der PS4 Account ist derjenige der arbeitet Na hier den Elite 5 Den hab ich ja auch bekommen Aber durch die ganzen 50 Millionen Aufträge Die ich hier andauere Naja ist ja Handel Du agierst zwischen zwei verschiedenen Commanders Insofern also beziehungsweise zwei verschiedenen Fraktionen kann man nicht hier sagen Aber Zwei verschiedenen Handelspartner Also insofern ist es ja So und jetzt mal gucken Ob er jetzt hier irgendwas Ordentliches hat Nee Warte mal Warte mal So Erstmal nur Imsen Pro Bond Mal gucken Ob der was Hübsches hat Taktikplinde Nö 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 Das ist alles nur Morks Muss ich doch wieder alle nehmen Nö Beziehungsweise nur die So Mach mal Material an Nö Nö Boah ist das schon wieder nur Scheiße Die dauert mir zu lange Die dauert mir zu lange Die zu machen dauert zu lange Da habe ich keiner mehr drauf Ja da ist ehrlich gesagt Ja da ist ehrlich gesagt nur großer Schrott bei Hier haben wir nochmal Spektralanalyse Daten Vier Stück aber Dauert lange und gegen wen geht das Ja Wen gehört Vega Engineering Wen gehört denn das Vega Engineering Jetzt gehe ich da raus und danach ist sie nicht mehr da So Gucken wir mal Wen Vega Engineering gehört Denn wenn es uns gehört Dann habe ich da keinen Bock drauf Weil dann Dann bin ich da wieder in Berüchtigt und sonstiges Und da Das ist alles Und Katze Maus Ja da ist auch Vega Engineering Ja sind wir Das ist blöd Das ist echt blöd Kannste knicken Kannste knicken Gut Müssen wir mal zu einer anderen Station fliegen Ich will ja nicht in unten Nadel fallen hier Bei unseren Jungs Ruckel die ruckel die ruckel Ja Das ist es Das ist es Ja und einige Leute gucken ja nicht hin Ne Das sieht man ja immer wieder Es ist aber auch Naja Ja das ist eben die So dann fliege ich wieder auf eine kleine Station von denen Wo haben wir eine kleine Station von denen Russell ist unsere Brux ist unsere Vergesen ist Ja Das ist Pro Dann fliegen wir eben da hin Frameshift Antrieb wird aufgeladen 4 3 2 1 Sprung Ja das Gleichgewicht der Aufträge immer aufrecht zu halten Ist nicht einfach Tja und die Mutter meiner Tochter wird jetzt schön Spaß haben Von der Arbeit zu kommen Finde ich gut Wegen diesem blöden Running Gag den wir da draußen haben Obwohl der endet Der endet ja um 17 Uhr oder sowas Also insofern Aber sie ist mitten im Zielgebiet Und die ersten sind ja schon glaube ich angekommen Oder Ich weiß es gar nicht Weil mich das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Humpt Also ich finde es immer wieder interessant Dass man die Aufträge die man gern hätte Nicht im eigenen System kriegt Sondern immer in irgendwelchen Systemen wenn du unterwegs bist Also da wo man auch das Material braucht Gleich Was weiß ich Fünf Stück oder sowas Stattdessen bist du in deinem eigenen System Und dann kriegst du da Weil du mit allen verbündet bist Ein Zwei So und dann bist du irgendwo am Arsch der Welt Wo du nicht mit den Leuten verbündet bist Nix mit ihnen zu tun hast Und dann kriegst du gleich fünf Stück Und dann sind es noch nicht easy going Aufträge auch noch Bis später Ah ja Grüße dich So und eines Tages kommen wir auch an Na komm Jetzt rauscht der wieder dran vorbei wahrscheinlich Nö Klappt Klappt Lauf der Hernen ist erteilt Hey Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hier ist, glaube ich, Probe aus einer Siedlung. Aber das ist eine fremde Macht. Das geht ja noch. Aber dauert etwas länger. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch? Mal gucken. Ich kriege dann nur zwei. Also da ist man dann drauf und dran. Zu den anderen Freunden zu fliegen. Da fliege ich wieder in dieses Anarchiesystem. Da fliegen wir nochmal auf die andere Basis. Mal gucken, ob wir da was kriegen. Obwohl, Quatsch. Gehen wir jetzt in... Nein, das sind nur zwei. Nee. Komm, an Bord. Hin und her gerissen. So, und dann gibt es da ja noch die andere kleine Basis. Hier im System. Fahrwerk eingefahren. Fahrwerk eingefahren. Schiff frage setzt. Antriebe aktiviert. Machen wir das noch an der Stationen. So. Denn Pock ist unser. Ich glaube, das hier ist nämlich auch nochmal. Ja, genau. So, und haben wir da noch irgendwo... eine Aufprallstelle oder so. Nicht wirklich. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sprung. Einen richtigen, vernünftigen Auftrag zu finden. Das ist eben... Der auch nicht so ewig dauert. Aber für zwei Spektral und dann eine Einspeisung zu machen... Das ist... Eine Einspeisung dauert anderthalb Stunden ungefähr. Wenn du das ordentlich machen willst. Und dann auch noch die... Den Alarm abschalten willst. Damit er dir nicht... Damit nicht alles auf die Fresse fällt. Das ist alles... Ja, aber was ich möchte... Ich möchte ja ganz gern auch hier im System so ein bisschen was tun. So, und ich habe ja mehrere Ziele. Also für mich. Das ist... So ein kleines Nebenziel ist beispielsweise die eine Fraktion hier rausdrängen. Das bedeutet, ich muss also für die anderen was tun. So, und dann ist da noch... Den... Ah, jetzt fliege ich wieder dran vorbei. Super. Es ist mal wieder geschafft. Also die Ziele, die man hat, die man im Hinterkopf hat, dann auch zu wahren, ist immer gar nicht so einfach. So, jetzt fliegt niemand mehr dran vorbei. Ach, das ist Mimo Tichy 5. Haben wir hier irgendwie eine Aufprallstelle? Zack. Ne, heute keine Aufprallstelle. Aufprallstellen sind gerade ausverkauft. Die ganze Zeit gab es ja immer zwei Aufprallstellen hier auf dem Planeten. Aber sie sind abgegriffen. Und ich finde es auch schön, dass die Stationen alle wirklich unterschiedlicher Bauarten sind. Sind, haben. Ne, und... Und... Dass sie sich ja auch im Laufe... Des... Der Handlung hier im Spiel auch teilweise verändern. So, dann können wir hier schon mal reingucken, während er nach unten fährt. Obwohl, wie gesagt, Transportaufträge hier meistens nicht mit einem Geschwader technisch gebunden sind. Und ich gucke eigentlich auch nur nach Geschwaderaufträgen, weil mich interessiert das Geld ja nicht. Das ist ja so zweitrangig. Komm, aber du kriegst auch deinen... So, dann steigen wir mal aus und gucken mal, was es hier gibt. Keine Schwerkraft, Magnetkontakt aktiv. Guck mal, das läuft jetzt mit 33 richtig rund. Und das... Das ist etwas, was ich auch nicht raff, dass die Stationen so unterschiedlich sind. Dann bist du in einer Station drinnen und dann geht das so richtig in die... Irgendwann, dass man sich kümmern muss. Und da ist ja niemand. Also, wenn da irgendwie fünf Leute wären oder sowas, dann hätte ich ja dafür Verständnis, dass da was in die... Grätsche geht, aber so. Nicht für... Die wollte ich eigentlich ausschließen. Na gut, dann muss es über die... Gucken wir doch mal, was da ist. Also, ich sehe schon, hier ist auch nichts. Das ist nicht einer, doch da. Professionelle Liquidierung. Spektralanalyse 3. Okay. Ist auch nicht einfach, weil der Typ... Außerdem... Okay, ist für die. Aber gegen wen geht das? Harad. In Kobi. Das wäre... Egal. Jo, dann nehmen wir den nochmal. Den können wir nehmen. Ach, die Maus. Weiß ich, dass ich da immer mit dem Ärmel gegenkomme? Gegen die Kapp-Maus? Hau ab. Geh weg. Okay. So. Weil in so einem Anarchiesystem, da ist es dann auch relativ einfach, weil häufig sind die Leute ja, die da rumlaufen, gesucht. Und wenn du da irgendjemanden wegbratzt, dann kriegst du nicht gleich eine Strafe, weil du da irgendeinen Sicherheitsmann weggebratzt hast, weil er es gesucht. Das ist dann von Vorteil. So, Spektralanalyse brauche ich 4, glaube ich noch, ne? Ich bin im Moment da nicht so sicher. 4, genau. Da krieg ich jetzt 3. Wenn ich dann auch irgendwas krieg, weil ich irgendwelche Terminals auslese, ist das auch ausgeladen. Trameshiftantrieb wird aufgeladen. 4, 3, 5, 1, 2. Geringe Sicherheit, na dann. Was bist du denn überhaupt? Förderung, ah ja, okay. So, und weil es illegal ist, werde ich natürlich als erstes mal wieder die Alarmsysteme innerhalb der Station ausschalten. Naja, im Endeffekt mache ich das ja meistens sowieso. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wegen meinem Kind da schon wieder irgendwas. Also, ich kann nur das im Endeffekt haben. So, jetzt muss ich mal wiederholen. So, jetzt muss ich mal wiederholen, und in 점 ist es besser, und wenn ich die Oh nö. Natürlich wieder im Dunkeln. Orbitalflug aktiviert. So, ich will Kraft machen oder das andere. Wertam ist ja auch noch ein System, wo Halligalli ist, wo man auch noch ganz gut Aufträge wie auch immer machen kann. Also wenn er sich da um Politik halt nicht kümmern will. Lande Erlaubnis erteilt. So. Wir landen mal in diesem... Ah ja, dann sehe ich schon... Okay, da vorne ist das... Ja, die Sicherungseinrichtungen sind alle hinten. Da im hinteren Bereich... Ich zoome da mal hin... Da ist nämlich, so gesagt, der Alarm und alles bei dieser Station. Es gibt so Stationstypen, die kennt man dann schon. Ne, und hier in dem Gebäude da... Das Gebäude, ich zoome da mal ran. Ran, nicht weg. So, das Gebäude, da ist der Alarm und so weiter drin. Aber um mein Sternmaterial nicht zu gefährden... Ja, ist richtig. Wenn ihr das Schiff hier in der Station lasst, dann kann es sein... Und ihr werdet erschossen, wie auch immer... Dann kann es sein, dass euer Sternmaterial verschwindet. Schickt ihr das Schiff weg... Dann ist das Sternmaterial schon mal sicher. Und wie gesagt, das kann sein, es muss aber nicht so sein. Ich habe da auch immer keine Beziehung feststellen können, aber es passiert halt. Jetzt rutsche ich hier durch die Gegend. So. Wir steigen doch mal aus und wir brauchen ein Schleichanzug. Warnung, gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Shit. Der geht jetzt hier rüber. Nee, da ist er. Okay. Jetzt dreht er sich, das ist scheiße. Jetzt ist er hier. Hm? Sicherheitsprofil geklont. So, jetzt kommen wir da zumindest rein. Hm. Hm. Eintritt in Druckaufgebung. Hier sieht man nicht oft neue Gesichter. Hier ist der Kondition. Alarm System, disabilitiert. So, und das haben wir jetzt gemacht und jetzt können wir eigentlich auch an das Terminal gehen und gucken wo der Friedel ist So, Mitarbeiter Da, da Da ist er So Ja, ist mir schon klar Erstmal nehme ich auch nichts mit Weil das mache ich nachher, wenn der Auftrag durch ist So, wo ist er? Irgendwo da hinten 200 Gefänglich niedrige Temperatur festgestellt Verlassen von Druckumgebung So Er ist also irgendwo da hinten Siedlungsalarm ist aus, also insofern Der Auftrag an sich ist schnell erledigt, aber ich will ja auch dann, wenn hier in der Basis noch so ein bisschen was mitnehmen Brüdel der etwa im Außenbereich rum Ich sage in Ernst, oder? Ein tolles Ding hier Nö, nö, der ist im Stock Das lassen wir auch erstmal, obwohl wir sind jetzt zwei Das ist auch schon Wenn wir gescannt werden, natürlich doof Deswegen ist es eigentlich auch egal, wenn wir hier jetzt Sachen mitnehmen Gut, ein bisschen Stock Und er ist unten Wieder mal Altbewährt Eintritt Druckumgebung Schild aktiviert Schild deaktiviert Ja, jetzt kriegt er gleich Besuch, bin ich der Meinung Nee, doch nicht Ich sehe sie So, jetzt die Frage Kommt er da raus Oder nicht Ja, er ist draußen Aber den muss ich Im Endeffekt deswegen umlegen Da geht eine Sicherheitskraft Die wollen wir ja nicht Gehen wir mal kurz hier rein Und holen uns ein Dreier So, Alarm ist ja sowieso nicht Aber wir müssen jetzt gucken Eben mal Was wir denn jetzt haben Klar, ich habe natürlich ein Kopfgeld Okay, hier ist Kana Okay, hier ist Kana Das ist gegen das Gesetz Fuck Schild deaktiviert Warnung Gefährdlich niedrige Temperatur festgestellt Verlassen von Druckumgebung Eintritt in Druckumgebung Eintritt in Schwerzone Ladegarten der Rotter Transfer angeschlossen Spendzone wird verlassen Spendzone wird verlassen So, ich brauche hier ein bisschen Strecklich niedrige Temperatur festgestellt Verlassen von Druckumgebung Aber das holen wir uns irgendwo im Außenbereich Drüben im Hub Wo wir uns den Strom Eintritt in Druckumgebung Eintritt in Druckumgebung Eintritt in Druckumgebung Da ist ein Officer Da ist noch ein zweiter Officer Den darf ich ja nicht unbedingt in die Hände laufen Weil die kontrollieren mich dann gleich Ein Zug wird aufgeladen Ein Zug aufgeladen So Eintritt in Druckumgebung Ladegarten herunter Transfer Abgeschlossen So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen was mit hier Der geht zum Fernseher Guckt dann da drauf Stellt sich da hin Und ist gut Ah, ein neues Gesicht So, jetzt machen wir noch mal ein neues Gesicht Okay, ab dann die schränke sind wieder leer aber ich habe die hauptsache gekriegt nämlich die daten daten sind das wichtigste was ich immer ständig brauche geförmung niedrige temperatur festgestellt verlassen von druck umgebung du bist geliefert die 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 aktiviert so hier drin muss ich vorsichtig sein ich brauche weil einer davon hat mich natürlich gesehen der andere nicht ladedate der roter gut die daten habe ich auch gekriegt voll ja dann gehen wir mal zum auto zurück 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 10 20 Amen. Warnung! Gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Verlassen von Druckumgebung. Ich glaube ich habe was gehört. Gehe dem nach. Du kleines Buh. So. Da drüben haben wir ja auch schon leer geräumt. Haben wir leer geräumt. Alles in Ordnung. Hui. Da läuft ja einer. Gebückte Haltung durch die Gegend. Er hat so den Schutzchen wieder ausgemacht. Ist gut so. Wo? Fahne, ich muss doch jetzt vor Ort. So, mit dem müsste ich jetzt aber auch los sein. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welche Bedrohungsstufe habe ich hier? Rucksack ist immer wieder voll. Ich habe vergessen. Würde hier einfach mal so sagen. Sieht doch eigentlich gut aus. Was willst du eigentlich? Hier ist ja nichts mehr. Doch. Ah, ja. Die Ionenbatterie kriege ich nicht mehr mit. Na, ich habe vergessen zu verdichten. So, ich muss auf jeden Fall Taschen leer machen. Außerdem will ich sehen, welche Bedrohungsstufe ich habe. Null. 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 Hier haben wir auch noch Daten zu klauen. Warnung. Warnung. Gefährlich niedrige Temperatur festgestellt. Eintritt. Eintritt in Druckumgebung. Material. Null. 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 Energie. Hör. Null. Transfer abgeschlossen. Super. Hervorragend. Auch das habe ich gemanagt. hier liegt noch super bass das ist gut der macht sich mal woanders hin ja geh du mal weg genau du stehst da guckst da das ist gut sehr schön da ist nix drin im schrank ok dann ist das gebäude hier auch sobald geklärt da muss ich aufpassen dass ich dem polizisten nicht über den weg laufe da hinten ist nämlich der officer und und Eintritt in Druckumgebung. Chemie brauche ich, genau. So, jetzt eben mal gucken, wo hier der Datenport ist. Man ist sich immer nicht ganz sicher, wo man jetzt gerade ist. Industrieproduktion, bin ich hier oder nicht? Ah ja, das ist das Gebäude. Das Warnlager ist dahin. Industrieproduktion müsste dies hier mit sein. Nee, da ist es auch nicht. Hier muss es doch auch noch ein Datenterminal geben. Datenport, da ist er doch. Also gucken wir doch mal. Das ist hinten oben. Motor, nee, brauche ich nicht. Brüche auch nicht. Nipp. Nipp, 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 nipp. Was wollen Sie? Da hoch, du Vogel. So, da muss ich ein bisschen warten. Ladedaten der Rutter. Transfer abgeschossen. Gut. Damit habe ich alle Datenports hier ausgelesen. Ich habe noch ein bisschen Chemie mitgenommen. Alles super, alles schön. Wir kriegen hier nicht oft Besuch. Was? Warnung, gefährliche niedrige Temperatur festgestellt. Verlangen von Druckumgebung. So, und weil ich ja vergessen habe, den ganzen Scheiß zu kompensieren, habe ich jetzt die Probleme. Gut, aber das ist alles nicht so wild. So, da habe ich nicht die Probleme. Da habe ich die Probleme. Da habe ich keine. So, zack. Und jetzt muss ich hier gucken. Chemische Superbase. Nee, brauche ich doch gar nicht mehr Superbase. Ich nehme mal die Elektroschalter raus. Jetzt dafür die Superbase ein und die Kleber. Hexo. Das packen wir auch mal ein. So, Transfer bestätigen. Einsteigen. Gut. So, und jetzt können wir eigentlich ein Schiff rufen. Schiffe zurückgeordert. Jetzt die Frage, wo es landet. Da, da. Ah ja, es landet auf Himmel, Tony 1. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. Dann garments Kaええet. Vieisp Eine belle смотрitive. Da, da. Entweder oder? ины. яют. Das montre. Über diehores. Welcher sind da. Der findet. Es ist da natürlich die Wachen auch noch in der Leere. Ich habe die Wachen auch in der Leere. Was hat Mama wieder mit dir gemacht? Mama hat dich erschreckt. Mama hat dich erschreckt, das heißt erschreckt. Hat sie sich versteckt, die Mama, und dann hat sie sich erschreckt. Sag mal, er erschreckt. Sag mal, er erschreckt. Aua! Sag mal, er erschreckt. Sag mal, er erschreckt. Ja, jetzt ist gut. Ist gut. Stopp. Aus. Aus. Ich will deine Warte essen. Nee, Schatze, Aua. Das tut weh. Jetzt ist gut. Hase. Ist gut. Au. So, jetzt ist gut. Aber jetzt... Ne? Weiß Bescheid. Danke. Ja. Schiff zurückgeordert. So, jetzt... Rufen wir mal auf das Schiff. Mal gucken, ob es hier auch ankommt, oder... Eigentlich bin ich weit genug von der Basis weg, dass das Schiff hier ankommt. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Oh ich... Ich will mich mal auf das Schiff hier an. Ich komme mal auf das Schiff. Und so, jetzt kann ich mich mal auf das Schiff. O? Das ist gut. Äh, du... Was? Ne, kann sie sich nicht dran erinnern. So. Dann boarden wir mal und düsen zurück. Ja, und... Bei der Wochenverlosung hat sich noch bisher keiner gemeldet. Also die Gewinner der Wochenverlosung haben sich noch nicht gemeldet. Fahrwerk eingefahren. So, eigentlich müsste ich schon aussehen. Ja, waffenfreie Zone, sehr schön. Damit gilt die gesamte Mission als abgeschlossen und jetzt kann sie mir auch nicht wieder weggenommen werden. Ist klar, ich kann noch abgeschossen werden, im Flieger, aber im Endeffekt ist sie rund. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Vier, drei, zwei, eins, Sprung! So, dann fliegen wir wieder zurück. Mann, was soll das? Mann, was soll das? Ja, nochmal... Nochmal... Ja, und wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt und was ihr machen müsst, das seht ihr an der Kanalbeschreibung. Beziehungsweise auch in dem Video zum Kanal, habe ich das nochmal genau geschrieben. Ja, was steht im Moment zur Verlosung? Einmal... Also, was steht überhaupt zur Verlosung immer? Fünf Euro Gutschein und dann der Jackpot. Denn wenn das Geld nicht abgeholt wird, wandert es in den Jackpot. Also die fünf Euro. Und mittlerweile sind da 80 Euro drin. Ah! Ist hier die Steuerung blockiert? Jetzt geht's wieder. So, wo ist die Station wieder her? Da! Mission. Ne, das ist nicht Mission. Jetzt ist wieder so ein Händler oder sowas. So, automatisch eingeschaltet. Ah, Oli. Ja, das kannst du leicht sehen. Du müsstest auf deinem YouTube-Channel dann eine... Weil ich habe alle eigentlich geschaltet. Tittitt. Also, ich abonniere dann auch immer die, die mich abonniert haben. Und du müsstest dich dann eigentlich sehen können. Es dauert immer ein paar Tage, bis ich das gerafft habe, dass ich da wieder reingucken muss und eventuell neue Ankömmlinge auf Abonnieren setze. Aber wenn man schon länger meinen Kanal abonniert hat, so wie du, dann solltest du dich eigentlich selber sehen können. Kannst du dich nicht selber sehen? Dann hast du es nicht richtig eingestellt. Und zwar gehst du dazu in die Einstellung von deinem YouTube, dann auf Datenschutz. Und da kannst du schalten, dass du Abos privat haben willst. Und das darfst du eben nicht privatisieren. Sonst kann ich dich nicht sehen. Also, die, die abonniert haben, die muss ich logischerweise sehen können. Damit ich ja weiß, an wen ich das Geld verteilen darf. Landerlaubnis erteilt. Ah, siehst du. Ja. Doof, ne, Olli? Wer weiß, wie oft du schon gewonnen bist. Naja, einmal hast du ja schon gewonnen. Bei der Sonderverlosung. Frage beantworten, so nach dem Motto. Fahrwerk ausgefahren. Naja, was heißt unverschämt? Beim Gewinnen ist es ja nicht unverschämt. Da hat man ja nichts dafür getan. Also, man hat ja niemanden irgendwie anschreiben müssen oder sonst irgendwas. Das ist dann eher was, wo man sagen kann, man ist unverschämt. Aber wenn man nichts dafür tun muss, außer zu sein, dann ist das ja relativ einfach. Ja, Mahot beispielsweise hatte schon vorletzte Woche gewonnen. Den Jackpot wohlgemerkt. Dann letzte Woche hatte Sinestro gewonnen. Na, aber die haben jeweils nicht abgeholt. Also, beziehungsweise die gesendet, wie sie das dann gern gehabt hätten. So, und das ist doof. Wer es nicht abholt, wer es nicht abfragt, da kann man dann nichts gegen machen. So ist die Spielregel. Und ich finde es ja gut, wenn der Jackpot dicker wird. Also, tut nicht weh es sowieso, dann läuft ja auf Werbungskosten. Insofern stört mich das nicht unbedingt. Ist nur schön, wenn die Summe natürlich dicker ist, ist sie natürlich immer attraktiver. Ja, sowas kann passieren. Aber du hast ja schon einmal gewonnen. Also, warum nicht auch ein zweites und ein drittes Mal, ne? Es könnte ja durchaus passieren, dass der Zufallsgenerator sagt, so nach dem Motto, die und die Person gewinnt den 5 Euro Gutschein und die gleiche Person gewinnt dann noch den Jackpot. Das kann ja durchaus passieren beim Zufallsgenerator, ne? Und da darf man dann auch nicht böse sein. Das ist halt, ne? Das ist Glück gewinnt, ne? So, jetzt geben wir den Kram mal ab. So, mal gucken, ob ich eben auch hier irgendwas... Oh, mein Kind möchte was von mir. Oh, mein Kind möchte... So, dann nieuw. Wow. Epis Toicen mod Me Vielen Dank. Ein Käfer war im Zimmer meiner Tochter und sie hat Angst vor Krabbeltieren. Musste Papa erstmal einspringen. So, was ist hier jetzt los? Haben wir hier irgendwie ein Kopfgeld für die... Nö, da wollen wir nichts machen. Hier können wir auch nichts loseisen. Gut, aber dann geben wir ihm mal wieder Zucker, die wir jetzt abgeben. Damit das ein bisschen kompensiert wird. Das sind ja zwei... Das sind 100.000 sogar. Ja, da reicht eine dann, um zwei auszugleichen. So, und jetzt geben wir den Auftrag nämlich ab. Und natürlich nehme ich das Material. So. Achso, ich kann da gleich noch nachgucken, ob da ein Lieferauftrag ist. Aber wie gesagt, in den kleinen Stationen findet man selten Geschwader-Sachen. Das ist echt Rarität, dass hier was fürs Geschwader auftaucht. So, aber du kannst schon mal nach unten fahren, Junge. So, und jetzt gucken wir mal nach. Wie weit wir denn... Ihhh, ja. Ja, nö. Spinnen sind... Witzigerweise... Spinnen hat sie keine Angst. Aber Käfer. Käfer und Ameisen. Geht nicht. Aber Spinnen hat sie keine Angst. Was? Wieder... Wieder? Wieder zu... Ohm... Mit der Zeitung. Was? Das verstehe ich nicht. Erläuter mal, Olli, was du damit meinst. Das... Das... Das raffe ich nicht. So, jetzt aktualisieren wir mal. Und dann müsste Spektral nur noch... Äh, alle Komponenten gesammelt. Also habe ich auch noch eine Spektral-Analyse in der Station als Datum, als Date gekriegt. Gut, dann kann ich jetzt zum... Ähm... Zum Ingenieur wegen Artemis Suit. Und das... Und das... Das Tracking... Mal holen. Mal gucken. Mal gucken, wo unser... Tracking... Tracking... Wer Tracking hat. Damage Speed... Das erweiterte Tracking. Das erweiterte Tracking. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ingenieur. Zack. Nach Entfernung. Ja, Domino Green ist die am dichtesten mit Anzügen. Weil die hier alle... Das sind Schiffsingenieure. Die Jungs mit den Anzügen erkennt man ziemlich gut. Ich kriege diesen Scheiß-Umschlag auch nicht zu. Ausstehende Spendenforderung von... Keine ausstehende Spendenforderung. Was muss ich da machen? Ich habe bei ihr schon was aufpeppen lassen an Anzügen beziehungsweise an Waffen. Und ich kriege diesen Scheiß nicht weg. Ja, die Nachtsicht. Die Spinne mit der Nachtsicht suchen. Obwohl, da musst du eher... So eine Wärmebildkamera wird es ja auch nicht. Ist ja ein Insekt. Da hast du herzlich wenig Wärmebild. Ist doof, ne? Da wissen nichts mit Nachtsicht und... Also die Jungs hier von den... Die hat auch... Er hat ja einen Ingenieur weitergemeldet. So, aber sie hier hat auch den Umschlag noch. Obwohl, die habe ich alle schon durch, ne? So, und die Anzog-Jungs erkennt man, weil die nämlich nichts haben. Da kann man kein Level erreichen. Deswegen, ne? So, und es ist eben Domino Green, wo wir jetzt... Wo ich jetzt hineiern werde. Um den letzten Anzug, den Maverick, aufzupeppen, aufzuwerten. So, und dann heißt es erstmal, die anderen Sachen aufwerten. Und wenn ich das gemacht habe, dann baue ich mir Spezialwaffen und Spezialanzüge zurecht. So, da wollen wir jetzt hin. Zuerst mal gucken, ob auch die Einstellungen korrekt sind. Ja, nicht besuchte Systeme ist eingeschaltet. Dies hier muss ich wieder einschalten, weil das immer auch... Von Haus aus, bei jedem Mal starten, laden, ist der Scheiß zurückgesetzt. So. Vier Sprünge mit dieser Maschine. Also das berechnen wir sowieso gleich neu. Aber dann könnte ich auch mit der Crate hinfliegen. Aber da habe ich keine Lust mehr, der Crate zu fliegen. Das ist... Wenn ich jetzt plötzlich abbiege und Sonstiges mache. Obwohl... Dann reicht nämlich der Sprit nicht. Obwohl wir tun es einfach mit der Crate. Wir machen es mit der Crate. Vier Sprünge, das sind schon vier Sprünge. Ja, das... Die Arcs. Ja, solange sie freigeschaltet ist. Das ist ja... Also das war ja das Doofe mit dem anderen Beck. Wellington Beck oder so heißt der. Der ließ sich bei mir nicht freischalten. Und erst nachdem dann eine Korrektur lief über die Datenbank von Frontier, wurden hier freigeschaltet. Das war ja auch völlig daneben. Aber halt Fehler. Fehler und Fehler. Ja, die Bewegung sieht man. Da hast du recht. Ah ja. Nun gut. Wir steigen aber trotzdem nochmal aus und gucken, ob hier ein Auftrag ist. Weil wenn dann natürlich ein entzückender Auftrag jetzt wäre, mit... mit... äh... Hier Anweisungen... Dann wird das schon drohen. Oder so ein anderer Auftrag. Weil wie gesagt, ich habe eigentlich nur noch das Problem der Daten. Aber wer nicht, na Olli? Oder hast du schon alles fertig, so wie du es brauchst? Was ich bezweifle. Weil man hat ja immer irgendwie noch so ein... Also bei den Schiffen, da ist irgendwie so... Und dann hat man sein Soll theoretisch erreicht. Aber bei den Anzügen hier, da kann man so viel machen. Also bei den Schiffen ja eigentlich noch mehr, aber... So, gucken wir doch mal. Nur den, 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 den und den. Den Rest wollen wir nicht. So, jetzt nochmal geguckt. Achso, ich habe schon alle, alle, alle Inks bei mir freigeschaltet. Jetzt ist jeder freigeschaltet. Hier in der Bubble jedenfalls. Das macht dich weg da. Alle Inks sind frei bei mir. Alle Inks. So, Kommandant, Inventar, Herstellung. Persönliche Ausrüstung. So, Abbauanalytik. Herstellungsanweisung. Wolfram, Kabit und Waffenkomponenten. Die habe ich noch so viel auf dem Carrier. Das ist nicht unbedingt das. Aber ansonsten ist es bei mir alles im Endeffekt Daten. So, und die... Na, wie man hier sieht, auch das habe ich ja schon fertig. Ich brauche nur noch das Aufleveln der Mentor. Der Tormentor. Und deswegen... So, und die Waffentestdaten. Aufwendung für Sicherheit. Die sind eigentlich relativ oft und... Nicht unbedingt so ein Highlight. Aber... Die beiden, die würde ich ganz gern. Ganz schnell. Und überhaupt. Deswegen, wenn es jetzt hier so einen Auftrag gibt, dann machen wir doch noch mal... eine Herstellungsanweisung fürs Bergen. Und das kann man ja schon mal machen. Vielleicht das Ding. Abbau. Auch ganz einfach. Sogar. Na, jetzt... Jetzt, wo ich mich auf den Weg machen will... Jetzt kommen sie mit den Dingern hier um die Ecke. Herstellungsanweisung 5. Probe aus einer Siedlung. Nö, das dauert mir zu lange. Aber Herstellungsanweisung 5 ist ja schon mal... schon mal auch eine Hausnummer. Dann machen wir doch mal was Leichtes hier. Die beiden Leichten machen wir doch erstmal. Abbau. Annehmen. Und was war das noch? Das war doch noch irgendeiner. Bin ich jetzt blind? Recycling. Achso, eine Herstellungsanweisung. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Komm. Das sind so einfache. Ja. So hat sie gesagt, ich gebe das zu dir, weil sie will nicht mehr Eis mehr, weil ich hab sie geschickt. Erschickt. Ich versuch's. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal wieder mein Kind befinden. Ja, ich... Ich lese dann auch wieder mal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Bioanzug. Also beim Bioanzug habe ich zum Beispiel, da gehe ich gleich mal, den zeige ich es uns gleich mal. Dominante und Meroverik sind fertig. Aber den Bio-Krempel schiebe ich seit Monaten vor mir her. Ja, wenn man... Ja, ah ja, wir sehen uns. Vielleicht später und sonst morgen. Also ich bin ja noch länger auf diesem Planeten, hoffe ich jedenfalls. Ja, äh, nee, die frisst mir meine Tochter. Wenn ich ihr die zeige, dann sind sie weg. Ja, jetzt muss ich den Fernseher mal eben starten von meiner Tochter. Sekunde. Jetzt andare auf dem Namen getrennt. Nun bin ich auch wieder da. So, und jetzt gehe ich mal kurz auf den Vogel ein. Auf den Anzug. So, und dann gehen wir mal in den, in meinen Raumanzug von dem Artemis. Da ist mein Fünfer. Ja, also was ich noch reinpacken will, ist Tracking. Na, Nachtsicht habe ich drin, erhöhte Luftreserven, verbesserte Sprungassist, weil wenn du da irgendwo hängen bleibst, oder beziehungsweise der Hang ist zu steil, dann kommst du da ja nicht hoch. So, und dann ist, wenn du dann richtig Schub geben kannst, ist es schon ganz praktisch. Ja, so, und erhöhte Luftreserven, wenn du dann teilweise dich doch mal weiter vom Schiff entfernst oder so, dann, ja, ist mehr Luft auch immer gut. So, und Nachtsicht, ja, bei der Pflanzenwelt ist das ganz hilfreich. Na, das ist, kannst du da wesentlich weiter gucken. Das ist auch nicht schlecht. So, und dann will ich auch noch verbessertes Tracking nehmen, logischerweise. So, und das Tracking, das habe ich ja jetzt fertig und würde dann das in den Freund einbauen. So, aber was wir mal machen können ist, wir können hier mal die Folien anpassen. So, was ist das? So, da haben wir ihn doch. Nein, man muss ja zeigen, was man hat. Ne, aber den, den habe ich ja auch, so gut wie. Ne, man erkennt es nicht besser, aber du, da du ja weiter gucken kannst, in der Dunkelheit, ist es natürlich so, dann siehst du beispielsweise diese Bäume und was es da nicht alles gibt, das siehst du dann schon wesentlich eher. Du siehst, wo das Problem, also wo die Sachen dann sind. Und auch wenn du auf einer Anhöhe stehst oder auf dem Felsen und du guckst irgendwo hin, dann siehst du witzigerweise die Bakterien schon von etwas weiter weg. Also, du erkennst sie nicht besser dadurch, aber du siehst sie wenigstens im Dunkeln, ne? Weil wenn du auf einer dunklen Seite bist. Manche Planeten, die haben nämlich biologisch, da war ich auf so einem Planeten, aber er war in der Sonne zu heiß. Gab zwei biologische, einmal Bakterium und einmal so eine komische Baumart und die waren auf der Sonnenseite zu dicht an der Sonne und da konntest du dich draußen nicht aufhalten im Anzug. Bist du kaputt gegangen. So, und dann musstest du alles auf der Nachtseite halt machen, ne? Deswegen, äh, so, und deswegen hab ich den so gepackt. Eigentlich hätte ich das Trekking viel eher reinpacken müssen, aber mir fehlten immer irgendwelche Sachen und ich hab auch vorher ja nicht mit diesen Inara gearbeitet, sondern, ähm, das mach ich ja auch erst seit ein paar Wochen. Wenn wir den Inara arbeiten, ist viel einfacher, als dass ich da immer, äh, wenn ich dann beim Ding stehe und was kann ich da machen, was muss ich, müsste ich haben und so. So ist es einfacher. Wesentlich einfacher, jedenfalls für mich. Aber jeder hat ja ein anderes Anhänger. Scheiße jetzt. Ach so, die beiden Aufträge hab ich. Da ich jetzt aber kurz mal nicht da war, kann das sein, dass da schon wieder andere Aufträge drin sind. Deswegen guck ich da nochmal rein. Vielleicht find ich ja noch irgendeinen knappen, schnellen, einfachen. Weil Bergungsaufträge sind ja... So, dann nochmal da rein. Dass man es auch jedes Mal wieder einstellen muss mit dem Material und so. Warum kann das nicht da drauf stehen bleiben, was man das letzte Mal gewählt hat? Na, startet immer wieder von neun. So, chemische Formeln. Die Stellungsanweisung 5, ja, nee, das ist... Waffentestdaten brauche ich natürlich auch noch, aber das ist im Moment gerade nicht unbedingt das, was muss. Und wenn ich jetzt gleich dann unterwegs bin, zum Ingenieur, ist es dann auch... Wahrscheinlich hab ich da bessere Aufträge. Weil diese schnellen Aufträge zum Beispiel, die nimmt man ja gerne entgegen. Ja, genau. Excel-Tabelle. Die hatte ich auch. Und dieses Ein- und Umtragen und Wegtragen und Hintragen, das war... Da ist Inara wirklich der Traum. So, mal gucken. Minuto G2. Okay. Den hier muss ich auch noch abholen, der liegt in der... Fahrwerk eingefahren, Schiff freigesetzt, Antrieb wird aufgelagert. Frameshift-Antrieb wird aufgelagert. Vier, Drei, Zwei, Eins, Sprung. So. Jetzt müssen wir eben kurz was machen. Bin gleich wieder da. Ein Glück, nächste Woche eine kurze Woche. Zu viel Überstunden, da muss ich einen Tag weg. Ich glaub... Was hab ich jetzt an Überstunden? 16? Schon wieder? Und der Monat... Geht immer schneller als Haare schneiden. Überstunden reinzukriegen, ist ganz einfach. Also, da muss ich mich nicht... groß bemühen. Ja, das Jahr rente eh, das stimmt. Und schon wieder diese ganze Steuerkacke. Steht bei mir auch noch im Plan. Ich muss die ganzen... Abrechnungen noch machen. Oh mein Gott. Aber ich muss mir meine Betriebsnummer zurückgeben. Muss ich auch mal in Angriff nehmen. So, wo ist jetzt das Ziel? Hohe Sicherheit. Nice, super. Achso, das ist das Paket zurückgeben, ne? Naja. Er hat wieder nicht das Ziel genommen. Na, und dann ausnahmsweise mal im Hellen. Das ist ja gut. Orbitalflug aktiviert. Orbitalflug aktiviert. Ich muss mich nicht vorstellen. Ich muss dich nicht vorstellen. Wie ist das? Ich muss dich nicht vorstellen. Ich bin vor allem, ich bin vor allem. Ich bin ein ausnahms und reflektiert, Ich bin, ich bin jetzt ... i bin ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Na du. Meine Kontaktperson ist nicht da. Was soll das? Was soll das, dass meine Kontaktperson nicht da ist? Ich bin doch nicht hier Goofy oder was? Inside Datenbank. Achso. Na ja, man muss auch oben lesen, was da steht, ne? Objekt aus Container 1 im Siedlungsbereich. Okay, ist ja noch relativ einfach. Wer ist jetzt gerade da beim Computer? Geh da mal weg, doof, Vogel. Na ja, machen wir auf Schleichen. Wozu habe ich den Schleichmodus hier? Aus dem Siedlungsbereich. Ja, das kann ich ja nur lesen, wenn ich Stufe 2 habe. Nö. Okay, da. Container. Na, den habe ich ja. Den Code haben wir ja. Gut. Ähm. Da steht ein Auftraggeber. Das ist ein Auftraggeber. Ein einfacher Auftraggeber. Das ist ein Auftraggeber. Das ist ein Ingenieur. Der muss auch gerade hier rüber kommen, ne? Der Vogel. Okay, alles geht weg. Mission Status aktualisiert. Gut, haben wir gemacht. Jetzt können wir uns um den Rest kümmern. So, eigentlich müsste das hier im Agri-Gebäude müsste die die Dings sein. Aber dazu brauche ich erstmal jemand, der autorisiert ist. Gibt's hier jemand? Ja, wir müssten doch irgendwo. Da hinten ist einer, sehr schön. Was bist du? Drei. Sehr gut. Oh, er hat mich gehört? Hey, ich kann nicht springen. Oh, jetzt. Okay, er tapert da wieder hinten rüber. Ich habe zu viel geklomt. Gut, das haben wir auch. Jetzt können wir eigentlich den Alarm ausschalten, beziehungsweise müssen wir erstmal gucken, wo der Alarm ist. Da hinten ist ein Terminal. Ist, glaube ich, drin. Oder auch nicht, Klammer zu. Ach ja, das ist im Vorraum. Ja, sobald schwer bewacht hier. Schwierig, da reinzukommen. So, gucken wir doch mal, wo die Alarmsysteme hier sind. Naja, also, die DBX ist ja in der Hinsicht das Kleinste. Und das kostet ja nichts. Das ist das Teil. Kriegt man ja relativ fix zusammen. So. Nö. Ich glaube, dann ist das doch alles im PBR, wa? Sieht so aus. Habitat ist nichts. Ich mach mal eine kurze, kurze, kurze Pause. Ich lasse natürlich spannungsgeladen hier alles stehen. Kommt ja noch einer rein. Guckt dumm. Aber keine Wache. Bin wieder da. Wir kriegen hier nicht oft Besuch. Ich bin jetzt in der Wache wieder. Ich hab die ganze letzte Woche kaum geschlafen. Ich glaub, ich fand schon an zu hallucinieren. Das ist verwirklich, dass ich an Kryoslaf denke. Aber die einmal zur Umstellung der Nachdenkung lieber. Also dann, ich sollte besser los. Wir sehen uns. Ich bin jetzt in der Wache wieder. 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 so ich gehe davon aus wie gesagt das alarmsignal alarm denke eigentlich hier drin ist siedlungsalarm ja da habe ich mir gedacht das wird schwierig weil den auszutricksen der in dem reaktorgebäude ist kunst größte kunstform und eventuell sind da sogar zwei drin dann braucht es eigentlich gar nicht weiter zu versuchen ein da ist nur einer komm doch runter mensch jawohl ja 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 ich hab das doch gesagt zwei stück verdammte axt das kann man vergessen ich würde natürlich ganz gerne auch im habitat die daten auslesen weil ich bin der meinung gucken wir mal kurz nach die herstellungsanweisung habe die meisten sagen das ist auch das findste da nicht aber ich versuche es mal einfach mit dem hab jetzt daten runter zu laden was ein alarm auslösen wird und dann stress geben wird und überhaupt ich darf ja auch nicht ins hab rein eigentlich weil es sicherheitsbereich das werden wir gleich gewahrt alles in ordnung muss das jetzt sein jetzt guckt sie direkt hier kommt direkt um die ecke die tür ist offen bedeutet da steht einer drin sagen aber wir versuchen es trotzdem mal ein und ich habe und Ladegarten herunter. Transfer abgeschlossen. So, mal gucken, ob man sich hier hinter dem Träten aufhalten kann. Geht. Mein Problem da draußen ist die Wache. Ich bin nämlich nicht autorisiert, die Scheiße jetzt runterzuladen. Steuerunterlagen. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht die Buche. Verlassen und auch umgekommen. Gut, wenigstens das haben wir hingekriegt. Gut, dann versuchen wir nochmal im Agri-Gebäude, aber das ist auch Sicherheitsbereich, da reinzukommen ist tricky. Weil, ich müsste da eigentlich an den Datenport. Nö, aber mir ist zu lange, komm. Mach den nächsten Auftrag. Hups. Nö, ja, Lohnsteuer 20, 20, 22, genau. Nö, ja. Töne Mal. Nö, ja, Lohnsteuer 30, 20, 22, 24, 25, 25, 26, 24, 26, 27, 27, 26, 27, 27, 27, 28, 27, 28, 28, 25, 27, 29. 20, 26, 28, 28, 29. Sick. und was habe ich nicht gemacht beim park lieber verdichtet andauernd laber ich darüber was ich machen will und was mache ich dann nix mache ich kann ja nicht angehen oder so nächster auftrag es ist ja okay aber das sind ein paar räder ja dann ist auch bei uns aber ist ja nur speicherchip von einer absturz stelle also insofern alles gut wird aufgeladen das war willkommen vom planeten weil das ziel mal wieder verdeckt ist so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Ist es wieder zu schnell gewesen? Ja, du mich auch. Okay. Vier, okay, jetzt zwei Stück. Aufprallstelle, sehr schön. Oberfläche zu 50% gescannt. Und immer, immer wieder, immer wieder. Nicht beim ersten Mal. Oberflächenscan angeschlossen. So, gibt es da noch mehr Aufprallstellen oder ist es die einzige? Kleines Wrack, kleines Wrack. Ne, nö, ist die einzige. So, in der Zwischenzeit essen wir mal weiter, ne? Lecker, lecker. Orbitalflug aktiviert. Orbitalflug aktiviert. Hurra ist es. Lecker, lecker? Lecker, lecker. Aberfahri ist nicht nur am seizure. Aberfahri如果你 war nur sicher. Begre sind denn? falta anfänglos. Inwärmww jugar an. Fahrwerk ausgefahren. Das sieht ganz so aus, als wenn der Jungs an dem Ding umtorn. Das sieht gut aus. Verlassen wir mal im Kampf, Maverick das Ganze. Das sieht gut aus. Das ist schon krass, ne? Den könnte man so gar nicht ausmachen. Was schleichst du denn im Anzug da durch die Gegend? Ne? Schön ausgemacht. Der ist zu weit weg. Den kann ich von dieser Position aus nicht ausmachen. Ich glaube, da kommt gleich ein Raumschiff. Hört sich jedenfalls so an. Der ist zu weit weg, aber das ist so. Bleib du mal schön da ganz hinten. Okay. 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 Wo ist denn jetzt hier meine Fernbedienung vom Fernseher? Mein Fernseher will nämlich ganz gerne ausgehen. Das ist doof. Was? Das ist das! Ich bin der. Ich bin der. Da bin der. Forget das. Kaffee, angekommen. Scheiße. Okay, das war's. Den einen brauchen wir gar nicht auszuschalten. Obwohl, Lust habe ich darauf. Großer. Da hinten ganz. Er steht schön auf dem Stein und guckt in der Gegend umher. Nö? Oh, da kommt ein Schiff. Na, das war wieder solche aus der Erde. Da droppt das Schiff aus der Erde. Auch geile Nummer, oder? Und sie verfolgen mich. Er verfolgt mich gleich nie mehr, Jungs. Da muss ich ihn dichter ran. Das ist mir noch zu heikel. Da ist mal ein frisches Magazin rein. Oh, den. Der ist schnell zur Seite ausgewichen, der Sack. Noch einen verpasst gekriegt, aber er ist immer noch aktiv. Okay. Das war jetzt aber ein Ausscheider. So, den anderen sehe ich nicht mehr. Der ist irgendwo in der Lunke. Oder hinterm Stein. Da, da ist er. Sag ich doch in der Lunke. Da ist noch einer. Ja. Ich muss auch unbedingt Stabilität hier haben. Dann kriege ich nicht aus dieser Entfernung. Muss auch hinten hin. So, jetzt sollte es passen. Manu. Manu. ... Job nicht. Okay, okay. stehen bleiben es ist jetzt wieder mit meiner waffe los du versuchst es noch mal ich glaube gar nicht wie weit ich über gekommen so dahinten lohnt der eine noch sehr komm her und den habe ich auch na gut alle ausgemacht oder ist da noch irgendjemand nö sieht nicht so aus gut ich könnte sie ja jetzt noch scannen aber da hin zu laufen habe ich auch keine lust mittlerweile ist mir die waffe schon richtig ans herz gewachsen so jetzt mal 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 mit Der Erd wird! so stelle gibt es nur eine gut gehen wir zurück nach hause frameshift antrieb wird aufgeladen so und ich kann mal eben neues fleisch holen homo sie es war 1 Was ist das Ziel entdeckt? Bin ich schon da? Bin ich schon da? Bin ich zu spät. Ne, immer noch dasselbe Thema, ja? Immer noch. Ist ja, der Stream läuft ja schon seit einer Woche hier. Ne, so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, stell dir vor, unser Doc Oli Day, der hat mich ja schon seit einem Jahr abonniert oder länger. Ja, und der ist immer noch nicht auf sichtbar geschaltet gewesen. Jetzt hat er es aber umgeschaltet. Aber er ist schon mal gewonnen bei der Jahresverlosung, wo er die Frage gestellt wurde. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Lange Erlaubnis erteilt. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, Oli hat auch dann schon gesagt, stell dir vor, ich trage mich jetzt ein. Dann wird mich Odin köpfen, wenn ich gewinne. Ja, läuft eigentlich hier, so. Ich habe schon wieder was fertig. Na, ich zeige das gleich mal. Die hier sind... Da muss ich auch was beschaffen, Abbauanalytik, das ist gut, zack. So, und hier nochmal eine Herstellungsanweisung. So, jetzt muss ich noch Daten rauswerfen, damit die Jungs hier kompensiert werden. Weil die wollen wir ja nicht nach unten drücken, sondern nach oben. Jetzt kommt mein Hase backen. Was denn, Hase? Oh, hast du... Oh mein Gott! Oh ja, das ist klar, dass du gleich wieder runterfallst. Ja? Willst du Klebeband haben und dann kannst du das selber machen? Ja? Achso. Ja, das sind ja ein paar Tage. Also, Gott, zwei Tage. Morgen haben wir Montag und Dienstag. Das sind zwei Tage. Ein paar Tage. Ja, ein paar. Ein paar Schuhe. Ein paar kann mehr sein als zwei, aber zwei ist schon ein paar. So. Ja, jetzt hier das Bild. Ten wir ja. Ja, jetzt hier das型. Ja, jetzt hier das. Ja. Ja. War da refuse. Jawohl. Hallo. Ja. - Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt bin ich wieder da. Raffi, ja, er ist irgendwie ausgestiegen. Keine Lust mehr oder sowas. Oder, was meinst du? Ja, Meister Raffi, genau. Ja, nun. Irgendwie findet man irgendwann mal was anderes, wo dann die Zeit reingeht. Dann nimmt man das Spiel runter. Das Schöne ist, die Spielsaten bleiben ja eh erhalten. Ja, also insofern ist es nicht ganz so schlimm. Achso, nee, da war ich ja schon drin. Hab ja schon. Brauchst du noch einen? Ja, das Loch ist fast schon zu groß, ne? Ja. So. Oh, oh. Na, tolle Wurst. Ja. Ich hab hier gekleckert auf die Decke. Na, das ist doof. Man kann die Decke wieder waschen. Mhm. Man kann die Decke wieder waschen. Selbst das deutsche Hinweis, man kann die Decke wieder waschen. So, hier muss ich jetzt mindestens... Na, das reicht nicht. Um den Ausgleich zu schaffen. Brauch ich noch mehr. Ja, das ist 160. Das ist gut so. Also. 11.000 Einbrauchungen. Ein mindestens mit 10.000. Ein mindestens mit 10.000. Und dann sollte es... Es sind sogar 100.000. Okay. Dann nehmen wir den mit 15.000. Das reicht dann. So, damit haben wir genügend eingezahlt, um die... ...Aufträge, die ich da abgegeben habe, zu kompensieren. So, und jetzt gucken wir mal nach, was mir noch so fehlt. Bis später, Olli. So, lass laufen. Und da haben wir sie. Jawohl. Das können wir auch einbauen. Das ist gut. Brauchst du mehr Klebeband? Kannst du es selber abreißen und so? Ja, super. Ah, okay. So, das haben wir auch. Das ist ja super. Dann fehlen uns nur noch da unten die Sachen. Aber dann können wir uns auch... Ja, zu Green mache ich mich ja gleich auf den Weg. Stabilität. Wer ist dafür zuständig? Masking, Handling. Aber die Stabilität fürs Gewehr, die brauche ich noch. Ja, Domino Green macht das auch. Hervorragend. Siehst du, dann lohnt sich der Flug nach Domino Green. Ja, super. Das ist ja ganz wunderbar. Okay. Na, dann... Ich habe hier schon so ein bisschen was. Gut. Jetzt gucken wir natürlich, ob Herstellungsanweisungen im Fünferpaket vielleicht eingeboten werden. Das wäre noch mal ein Ding, mich abzuhalten, da hinzufliegen. Keine Schwerkraft. Magnetkotat aktiv. Ja, also unsere Freunde von Frontier tun ja auch alles dafür, dass die Konsolenspieler irgendwann alle aussteigen. Ja, kommt zwar neue dazu, aber die Veteranen, die werden aussteigen irgendwann. Und die kommen dann auch nicht wieder. Auch wenn dann das Odyssey-Paket kommen würde, glaube ich, dass nicht alle wiederkommen würden. Das wäre nur ein elitärer Kreis. Aber wer es versaut, versaut es, ne? Das ist halt so. Ja, und wenn sie keine Perspektive geben, dann ist das so. So, Herstellungsanweisung. Herstellungsanweisung. Und zwei Stück. Bei einer Absturzstelle. Also eben mal kurz. Das ist natürlich... Da kommt das nie mehr mit. So, noch irgendwas da. Herstellungsanweisung 3. Von einem evakuierten Standort. Okay, das hört sich ja interessant an. Was ist das denn? Okay. Das nehmen wir auch mal an. Das hört sich ja richtig interessant an. Da weiß man gar nicht, was es ist. Lieferung. Ein Anzuchtplan. Na ja, ein Anzuchtplan. Nee. Im Moment gerade nicht. Hopps, ein Paket. Okay. Nehmen wir. Gesundheit. So, Hopps, ein Paket bringen. Aufgeben. Hopps, ein Paket bringen. Ja. Aufgeben. Ja. So, dann gehen wir doch mal los. Da schmeiß ich mich aus dem Fahrschuh los, gerade wo ich nur ein Stück Fleisch abschneide hier. Na scheiße, jetzt habe ich aus Versehen die Playstation-Fernbedienung gedrückt. Ich nehme mir gerade mein Fernsehbild. Ja, wie gesagt, das liegt in der Natur der Sache. Nicht jeder bleibt so lange dabei. Also, irgendwann haben sie das Gefühl, kommt nichts mehr, dann ist die Luft raus. Und deswegen ist es halt so, dass die Konsolenspieler, da werden wahrscheinlich etliche abspringen. Bei den anderen ist es ja auch der Fall gewesen. Unsere Abtrünnigen, die damals gegangen sind, das waren 20 gute Leute, die gegangen sind. Alle in eine andere Fraktion, weil sie der Meinung waren, unsere hätte keine Zukunft. Nun, und die haben alle eher dicht gemacht. Wie man sieht, wir sind noch im Wachstum und die sind am Ende. Da ist niemand mehr. Niemand, der den Haufen dann zusammengehalten hat. Und das ist eben das Problem. Auch Nachfolger dann zu haben, die dann irgendwie was tun und machen. Ja, gar kein Content mehr. Und nur noch kritische Updates. Du brauchst du noch ein kleines? So. Tja, und Und hier bei Bei einem Playstation Bei PC ist es eben so, dass Da trotzdem auch Viele nur mal so kommen. Weil beim PC ist es ehrlich gesagt so, Das kommt durch den Anspruch oder Du kommst gleich wieder, alles klar. Super. Ja, alles gut, mein Schatz. Ja, super. Also beim PC hier ist es eben das Problem, dass die Spiele teilweise so günstig angeboten werden, dass häufig Leute switchen, dass häufig Leute switchen auf andere Spiele und weil da kaufen sie dann irgendeinen großen Titel für drei Euro oder so und deswegen da wechselt es dann auch häufig. Selten ist jemand dabei, der wirklich ewig dabei ist, der wirklich ewig dabei ist, guckte Willi an beispielsweise. Willi ist seit ewigen Zeiten dabei. Also der, also der ist ja seit 2015 dabei, also insofern. So, und wer dann das Spiel gibt, da gibt es ja auch einige von, die werden sich dann auch umschichten, wie Olli das zum Beispiel getan hat, der dann auch auf PC gegangen ist. Ja, das ist traumhaft. Fahnen hochhalten ist immer gut, wenn dann einer wenigstens so denkt. Ja, also es ist ja auch nicht so, sollte mal irgendwie, was weiß ich, Venkman ausscheiden oder sonstiges, dann müsste ich mich im Endeffekt auch wieder um die Playstation kümmern. Na, was aber, denke ich, mit eurer Unterstützung dann auch garantiert weiterläuft. Denn ihr habt Großartiges da geleistet und die Quintessenz, dass wir so groß sind, die besteht eben da drin oder aus den Playstation-Spielern. Nicht die PC-Spieler haben unsere Fraktion so groß gemacht. Das muss man einfach nur mal so sehen. Weil die PC-Spieler, die sind eher, ja, semi dabei. So, jetzt erst mal gucken, ob ich den Stern schon gescannt habe. Ja, habe ich schon. Gut. Hervorragend. Und im Endeffekt ist es ja auch immer so, deswegen kommen ja ab und zu auch Leute in den Vorstand, weil sie viel tun für uns. Das war's nicht. naja im endeffekt ist es ja so dass die persönlichen erfolge sind gehen einen irgendwann ja auch aus sag ich mal so hier jetzt bei odyssey ja du kannst deine anzüge aufbauen aber was kann ich sonst noch tun also ganz ehrlich ich bin finanziell satt ich kann da nichts mehr an anderen schiffen und groß möbeln naja ich könnte noch einige schiffe die ich noch nie besessen haben die mama zum beispiel oder sowas die kann ich ja mal ausprobieren aber muss ich das unbedingt so für als notwendig achte ich das eigentlich nicht der kommt ein bisschen zu schnell der kommt ein bisschen zu schnell der kommt ein bisschen zu schnell und er kommt zu schnell abbauen 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 super es ist gelungen aber ich bin zu dicht dran wieder hochziehen das noch mal ein bisschen abstand nehmen höhe entfernungen ich muss entfernung die höhe schon okay die entfernung muss noch weiter steigen 100 gut gut jetzt sollte das so dass klappen im kurven flug absenken yo so nein 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 komm weiter 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 es geht klappt Ja, nur. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann keine Geschwindigkeit ändern. Jetzt. Ab und zu klemmt da was. So, jetzt muss ich mal eben kurz lesen. Was ist hier die Trans... Was muss ich machen? Bergen Sie das verstandene Fossil, ja. Aber was hier los ist auf der Station, weiß man nicht genau. Ich versuche mal jetzt einfach eine Landerlaubnis zu holen. Jetzt wird es spannend. Denn diese Art der Mission hatte ich nicht. So. Gucken wir mal, was hier passiert. Andocken erfolgreich. Antriebe deaktiviert. Irgendwie weiß man nix genaues hier. Jetzt zeigt sich ja auch niemand. Okay. Gut. Steigen wir doch einfach mal aus. Und hoffen da drauf. So, was wir noch zusätzlich machen? Ja, die aktiven Leute, also wenn mehr aktiv sind, das kommt aber nur dann, wirst du das haben, wenn irgendein Highlight kommt. Wenn sich irgendwas zeigt. Ansonsten wirst du da kaum irgendwie mehr aktive Leute. Also aktiv wird ja erst jemand wieder dann, wenn es für ihn interessant wird, ne? Also, so. Klar, wenn natürlich Freunde plötzlich einsteigen, dann ist das eine andere Sache. Dann macht man mit. Handbremse gezogen. Handbremse gezogen. Wie, hier ist kein Computer? Hier ist kein Computer, das ist ja sehr seltsam. Das ist ja spannend. Manu. 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 Ich glaube, hier kommen die Sicherheitskräfte, wenn ich hier etwas reaktiviere. Ich brauche jetzt ein Terminal. Wo steht hier ein Terminal? Hier liegt ein Toter. Oh, okay. Den Toten lesen wir doch schon mal aus. Eine Null. Okay. und das haben wir wieder nicht gemacht verdichtet beim barkeeper scheiße man krieg ich echt die kretze hier gibt es hier keine computer im außenbereich ja so der ist da drinnen jetzt gibt es hier schon wieder stress was ist hier los ja 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 es ist mal wieder super was hier so abgeht Gut, aber irgendwie brauche ich trotzdem ein Datenterminal im Außenbereich. Verfluchte Axt. Da hinten ist ein Hub. Ein großes Hub. Das ist ein großes Hub. Okay. So eine Art Station kenne ich auch noch nicht vom Aufbau her. Aber auch hier ist das Problem, dass der Scheiß natürlich innen drin ist. Mein Schatz. Na? Du, 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 du. Jetzt hast du ein paar Perlen abgemacht. Aber da können wir uns später drum kümmern, ne? Papa, pass auf deine Schuhe auf. So. Auch nicht schlecht. Wieder sturmfreie Bude. Zwei Tage lang. Hervorragend. Gut. So, aber nichtsdestotrotz. Hier muss doch am Außenbereich ein verflixter Computer sein. Haben sie die extra so gebaut, dass man geärgert wird? Oder wie sehe ich das hier? Da liegt auch noch ein Sicherheitsbeamter. Hat auch eine Null. Eine Kiste, die natürlich leer sein wird. Also ich glaube nicht, dass man hier wahnsinnig... Ah ja, Feuer gibt es auch noch in den Dingern, wie man sieht, eindeutig. Tschüss! Du kleine... Ja. So. Ähm. Eine Eins. Eine Eins ist doch schon mal was wert. Sicherheitsprofil geklont. Da muss schon mal eine Eins. Aber trotzdem auch hier in der Unterführung... Alles leer. Selbst die Schächte sind leer. Okay. Da braucht man also nicht großes Butschern gehen. Aber ich brauche nichtsdestotrotz ein Computer im Außenbereich. Weil alles ist im Innenbereich. So und... Gucken wir uns das Ganze doch mal so ein bisschen... von hier aus an. Da drüben liegt auch noch jemand. Das ist noch eine Eins. Techniker. Hext. Aber... Im Innenbereich. Alle Computer sind hier im Innenbereich. Ich verfluchte Axt. Die haben eigentlich das schwer gemacht. Echt. Man denkt so easy piece hier. Und dann... Machst du mal eben. Noch einen. Aber der kann nur höchstens eins sein. Ja. So. Da drüben ist PWR. Das ist das Command Center. Okay. Auch noch mal eine Box, die auch leer sein wird. Oh. Oho. Da ist tatsächlich noch was drin. Obwohl ich kann den ganzen Scheiß nicht gebrauchen. Davon ganz abgesehen, weil ich vergessen habe zu verdichten. Das ist doof. Ja. So. Und... Nichtsdestotrotz brauchen wir einen Computer im Außenbereich. Auch das ist natürlich wie der Innenbereich da. Wir kommen nicht umhin, um... Irgendwie durch die Türen schmelzen zu müssen. Hm. Ist sie doof. Und auch hier ist es wieder im Innenbereich. Nämlich... Da haben wir Feuer. Gut. Dann schmelzen wir uns erstmal hier durch die Tür. Da drinnen gibt es dann auch einen Dreier. Und da haben wir dann auch gleich vorne einen Computer. Nützt nix. Da. Lüge mich aber ein. Oh. 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 keine einzige energiezelle das ist nämlich das interessante daran nee 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 das ist falsch du musst immer die transferieren so jetzt zeig doch mal an die schränke brauchen wir uns sowieso nicht angucken die daten ports die wir noch interessant aber das war es dann auch schon ja so was für natürlich brauche ich brauche erst mal ein dreier brauche ich erst mal aber hier sollte irgendwo auch ein dreier liegen auch mal mit und dann siehst du haben wir doch ein dreier nicht wahr natürlich ist ein dreier so und wie gesagt es sind das einzige was für mich interessant sind sind die daten ports weil die schränke werden alle relativ leer sein und sieht man ja hier auch die sind die meisten davon sind aufgerissen egal gut dann können wir jetzt erstmal zum suv zurück und holen mal einen energieregulator ja ist mir schon klar dass das wieder mal ein wenig voll ist energie energie kriege ich nicht ich kriege auch kein verbandspäckchen so und hier ist das problem nämlich müssen wir irgendwas rausschmeißen nähe chemische super base nicht schaltplatte schmeißen heraus dafür die grafen rein weil die grafen sind mehr wert verschlüsse speicher chip also obwohl die chemie brauche ich noch ich glaube jetzt kommen da police officer an rückzug schiff entsendet schiff frage setzt antriebe aktiviert so denn das habe ich mir gedacht dass da irgendwas kommt muss ja was kommen so und das sind sicherheitskräfte naja sie kommen hierher mit schnellen schrittes so 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 Das war's. wir nehmen mal lieber den Kampfanzug ich glaube den brauche ich eher wir nehmen mal lieber den Kampfanzug ich glaube den Kampfanzug ich glaube den Kampfanzug ich glaube den Kampfanzug ich sehe nicht einen von den bösen Jungs die die ich vorher gesehen habe sind weg wo sind die hin na nü na nü wo seid ihr ok als ist es muss ich an den Computer um den Schrank zu ausspielen zu können ich glaube den Kampfanzug 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 einrichtung kommander zentrale ich muss initiieren wo schrank 13 ist schrank 13 nochmal wie war die nummer 36 59 36 59 Wenn ich nämlich ungefähr weiß, wo der im Gebäude ist, dann werde ich ihn noch finden. Gibt es noch einen Seiteneingang? Es gibt nur einen Eingang, bin ich der Meinung. Doch, hier gibt es einen Seiteneingang. Sehr gut. Wo ist der Schrank ungefähr? Oben. Hier ist der Stock. Gucken wir doch mal im Fenster. Ungefähr die Position zu lokalisieren. Das kann innen drin sein, das kann aber auch draußen sein. Okay, wir gucken einfach mal. Aber oben im ersten Stock. Gut. Schrank Nummer 13. Code haben wir auch. Naja, ab und zu kannst du ja auch aktiv mal was für dich machen. Und dann machst du wieder ein paar Dinger für die Staffel. Also so ist es ja nicht. Arbeitsanzug verlassen. Also so ist es ja nicht. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Missionstatus aktualisiert So, Ziel erreicht Mehr brauchen wir hier gar nicht zu machen Weil ich kacke auf die Datenfraux Wir machen einfach, einfach, ne? Schiff zurückgeordert Handbremse gezogen Andocken erfolgreich Antriebe deaktiviert Undocken erfolgreich Undocken erfolgreich Undocken erfolgreich Angriff registriert Fahrwerk eingefahren Schiff freigesetzt Antriebe aktiviert Ja, wunderbar Hat doch geklappt hier Ich würde mal sagen Mission gelungen Patient tot Ja, Verständnis ist Ziel 1 von der Erde Ja, super So, gut Dann machen wir mal die zweite So Wie der falsche Knopf gedrückt Wir sind mir nicht gut Direkt aus dem Ort starten Okay Frameshiftantrieb wird ausgeladen 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Wieder im Anflug Aber ich muss mal eben für Königstiger 6, 4, 3, 2, 1 6, 6, 7, 9, 10 7, 11 9, 11 8, 12 9, 12 11 11 12 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wäre beinahe in die Huse gegangen hier. Das wäre beinahe in die Hose gegangen, meine liebe Scholle. Na gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Falscher Charakter rausgegangen, aber schnell wieder rein. Ziehen wir uns mal ein Stück zurück, sodass wir ein bisschen hinterm Kamm sind. Eine volle Schildlast. Ihr wolltet mich umlegen, jetzt lege ich euch um. Kamm. == Bestekäse sind Gut. Kahn. Kahn. Aber für jeden Fall ist das Achselstämme. Kahn. 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 Okay, da können wir noch hinfahren. Seitliche Umfahrung. Eine Chassis ramponiert, echt. 25% nur noch. Habe ich Glück gehabt. So, schalten wir auf Nachtsicht. Handbremse gezogen. So, schalten wir. So, schren wir, wir schauen. Okay. So, schalten wir da. Die will ich umhauen. Das geht ja nun gar nicht. 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 Wo sind denn die Jungs? Ich kann sie ja nicht mal sehen. Ich muss noch Scheinwerfer anmachen. Oh, einer ist hinter mir. Hm? Ist er in der Erde oder was ist das? Beheilung weitersuchen. Beheilung weitersuchen? Das geht ja nun. Aaaaaaahhhh! Kopffeld festgestellt. Du hast ne Drei. Die will ich haben. Gib mal die Drei her, du Vogel. Sicherheitsprofil geklont. Da kommt jemand? Die haben keine Scheindörfer an die Säcke. Der Sterbe. Nun gut. Wenn keine Scheinwerfer an sind, dann... ist er in der Deckung verschwunden. Ich kann die nicht mal ausmachen. Komm nicht weit! Ja, wirklich. Komm nicht weit. Schild aktiviert. Genau das provoziert, Herr. Das war ein Kopfgeld. Nichtsdestotrotz. 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 Mann. Fuschel, fuschel. Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin total aus dem Sichtbereich verloren. Da. Jetzt hab ich dich. Au. Fies aktiviert. Jupp. Tot. Eigentlich sind's vier. ich glaube es nicht kontinuier container nach objekt durch so ich kann es knicken ich kann es e knicken weil dort im container nichts war komm wir haben hier ab wir gehen noch mal in instanz nützt nix nacht sicht nacht sicht so theoretisch soll der schiff hier ist zurückgeordert mal gucken wo es landet sieht sich schon mal gut an sieht doch schon mal gut aus nene nene nicht nicht so weit da hinten landen sehr angeschlagenen es juli das ist nicht gut so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, nochmal den Versuch. So, nochmal den Versuch. War nicht weit genug weg, als ich die Drehung gemacht habe. So doof. Dann kann ich eben mal neues Fleisch holen. So, nochmal den Versuch. So, nochmal den Versuch. So, nochmal den Versuch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind noch ein bisschen weg, 5 Kilometer, 3 Kilometer, ich glaube ich muss mal intervenieren Oh mein Gott, 2 Kilometer Fahrwerk ausgefahren Ein Licht Hier sind wir flitzbibüten Hier bin ich ZDF, 2020 Warnung. Niedrige Schwellkraft. Schiff entsendet. Handbremse gezogen. Schiff entsendet. Schiff entspannung. Schiff entspannung. Schiff entspannung. Tja, die haben diesmal auch kein Licht an, das ist headverdächtig. Aber jetzt schützt es schon mal an, auch das verrät euch. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ui! Ich bin deaktiviert! Sie sollten sich mit- ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Ich kann niemanden sehen, verdammte Axt. Ein Zielsuchsystem ist schon besser. Ich bin ein Zielgericht. Ich bin ein Zielgericht. leck mich am arsch handbremse gezogen ziel zerstört ziel schilder deaktiviert ziel zerstört ziel schilder deaktiviert ziel zerstört ziel zerstört ziel schilder deaktiviert ziel zerstört ziel zerstört ziel zerstört wenn das eine nicht geht, geht ihm das andere. Ja, jetzt sind auch zwei da, das ist doch schon mal besser. Aber auch nicht. Aber es sind wieder Öffnungen da. Zumindest eine. So, nichtsdestotrotz fehlt hier irgendwie eine Kiste. Tja. Tja. Keine Kiste da. Container nach Objekten durchsuchen. So. Okay, dann lesen wir nochmal die Daten aus, weil die scheiße aus den Dinger brauche ich nicht. Weil ich keinen Platz habe. Ich bin wieder da. Ja, hallo. Den dritten hast du übersehen. Ja, genau. Na, irgendwie ist hier alles durcheinander. Dadurch haut das alles nicht hin hier. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal an dieser Stelle. Fluchtaxt. Da wollte ich drauf drücken. Und legst die Daten aus und kill die Leute. Aber hier kommt keine Kiste. So. Ich fahre mal ein Stück zurück und versuche uns mit dem auslocken. Wenn nicht, denn nicht. Echt? Geht einfach nicht. Ah, Mann, nein. Will nicht gehen. Ich kann nicht mit dem auch damit gehen. Aber nicht noch wunderschappen muss? Woher kommt ihr denn plötzlich, ihr Säcke? Natürlich hau das Ziel ab, ich denk dir, ihr könnt mich so einfach schießen oder was? Und das Schlimme ist, die machen keine Scheinwerfer an, die Säcke. Natürlich kannst du sie so gut wie gar nicht ausmachen. Was ich brauch, sind ihre Schilde. Okay. 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 Ich muss die drei auf einem. Jetzt werden sie wahrscheinlich meinen SUV angreifen. Klarerweise. Ja. Greifen sie mal ein SUV an. Hier Säcke. Ich kann sie nicht ausmachen. Schild deaktiviert. Ihr Fahrzeug wurde zerstört. Sie wollen sich mit mir anlegen? Nein, will ich nicht. Bist du bescheuert oder was? Ich glaube sie haben nicht stehen, weil du das rufst. Ich habe mein SUV kaputt gemacht, diese Säcke. Da ist einer. Ja. Vielen Dank. Das ist richtig schwierig und spannend hier. Da liegen nur drei übersehen. Das ist kein Licht hier. Ohne Schilde kannst du die so gut wie gar nicht erkennen. Da. Zieh hart ab! Reise Fensern! Feuer öffnen! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Verstanden! Au, 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 au. Schild aktiviert. Okay, klar. Okay, klar. Da kommt auch noch von der Seite der Sack. Mann, Mann, Mann. Wat'n Kack hier. Schild deaktiviert. Das ist ohne SUV, kommst. Wir machen das Ding. Komm nicht ran an die Jungs. collar. Mann, Mann. Stack. Mann, Mann. Ich weiß noch nicht. Bist du? Mann. Mann, Mann, Mann! Mann. 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 wieder weg weil ein schild ausgeschaltet hat sich nie mehr ist sowas von kacke also batterie schwach anzug aufgeladen mann 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 die jungs ist nicht nix ist und dann in diesem halb dunkel echt kacke da ist einer gleich mehrere warum laufen die darüber schiff von ihr verpiesel durch warum haben sie gefunden sie wollen sich mit mir anlegen das war nummer eins die anderen haben sich verpist so aber wo sind die kisten wo sind die ganzen kisten ich habe hier nur zwei kisten und die sind leer da ist noch eine dritte auch ok ich habe meine sachen gekriegt weg aber das war heftig das war heftig ne ich kann weder die ähm schächte öffnen mit dem suv noch kann ich da irgendwie äh schatullen öffnen also tun sondern das muss ich eben per pedis machen aber das war heftig nicht schlecht also nicht schlecht dass da noch eine truhe war das war gut ja die die habe ich jetzt dreimal angeflogen die mission na also unten ist suv dabei verloren das ist echt weil plötzlich kamen die jungs aus der erde fahrwerk eingefahren ok als waffen wieder eingefahren gut polizeieinheit ok super also das war das sonne mission hatte ich auch noch nicht also und dann im halbdungeln und dann wenn sie ihre schilder ausmachen siehst du sie echt nicht mehr nichts wenn die ihre scheinwerfer nicht anhaben dann ist ende im gelände ok dafür brauchst du dann natürlich nachtsicht ja deswegen ein ein anzug muss man sich mit nachtsicht fertig machen ok warum bin ich eigentlich nicht mit meinem exo anzug rausgegangen ja klar ich brauchte ja den maverick anzug ich brauche auf dem maverick anzug nachtsicht nachtsicht ohne frage ok so so nochmal mein gott ja die andere mission die ich davor hatte die war auch heftig das war eine verlassen station und ich sollte aus einem schrank etwas bergen so jetzt musst du erstmal in die station datenterminal finden und kein datenterminal außerhalb der gebäude das war auch interessant und dann kamen einheiten so das war nett und die ganze station war auch noch illegal der maverick ist ein arbeitsanzug mit schweißgerät damit man türen öffnen kann und boxen und sowas also solche schränke die mit mit schloss versehen sind wo man das aufschweißen muss dominator maverick und artemis artemis exo der hat ein exo werkzeug und ähm der dominator ist ein kampfanzug wo man noch eine zweite schwere waffe mitnehmen kann da muss ich ja die und in die effizienten missions die jetzt will ich wissen was du bist handel handel ja das war mir klar du dich brauche ich nicht und und der dominator ist für kam so was aber auch interessante missions was einem so alles über den weg springen kann an missions und schon toll bei ich war Nein. Maverick. Ist ein Arbeitstier mit Schweißgerät. Dominator ist in Combat, weil der zwei schwere Waffen und eine Leichte mitnehmen kann und einen besseren Schild hat. Blonde erlaubnis attragt. Aber man kann ihn ja im Endeffekt dazu machen. Also ich habe ja jetzt auch das Scharfschützengewirr mitgenommen, weil ich damit sehr gut umgehen kann. Fahrwerk ausgefahren. Nur, ich brauche eine andere Ausstattung beim... Beim Gewehr. Weil normalerweise brauchst du eigentlich Scope, Stabilität und zweimal Range. So, ich habe aber jetzt schnelle Handhabung. Und das wiederum ist aber auch ein Vorteil für die Waffe. Weil dann kannst du zwei Schnellschüsse ineinander machen und auch die Waffe schnell ziehen und beladen und so. Das verbessert sich dann auch. Also insofern... So, und die ganze Zeit will ich jetzt zum Ingenieur eiern. Aber andauernd kriege ich jetzt Aufträge, die ich gut gebrauchen kann. Also insofern... So, hier wieder Aufwertung betreiben für die... Haben wir hier irgendwas? Irgendwas mit Mumotuchi? Nein. Nee. Nix. Aber dann geben wir ihm auf jeden Fall nochmal 200.000 in Sterndaten. Ja, das sollte reichen, die beiden. Wo ist denn der 98er jetzt da? Ja, das ist richtig. Ja, Pistole. Also Pistole habe ich bei allen dreien Anzügen dabei. Weil... Also die macht echt hervorragenden Schaden. Ist auch so ausgebaut, dass sie relativ schnell handhabbar ist. Also... Komme ich sehr gut mit klar mit der Pistole. Und ist so nach dem Motto, ein Schuss Schild, zweiter Schuss kaputt. Das langt dann auch schon. So, jetzt die beiden Aufträge abgeben. Wer ist denn jetzt hier mittlerweile on? Oh, ich bin ja schon eingeladen worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo denn das? Offene Freundesanfrage. Na dann. Iceman. Ja. Hallo. Willkommen im Club. Iceman. Okay. Ist ein Einzelspieler. Den müssen wir gleich in die Gruppe holen. Tja, Willi ist wieder nicht ansteuerbar. So, aber die beiden Aufträge, das sind sowieso Bodenaufträge gewesen. Die kann ich schon mal abgeben. Kann ich eh nicht teilen. So. Wollte ich doch gar nicht rein. Bin im Transport. Und gucken, ob da... Da kann nichts sein. Nichts blau. Nichts blau. Süße. Schon erledigt. So, jetzt gucken wir mal wegen Iceman in die Gruppe. Hat er noch nicht wahrgenommen, dass er da ist? Doch, da ist er doch. So. Zur privaten Probe eingeladen. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Muss ich mal gucken. Siehste, guck. Die beiden Sachen sind schon fertig und können bei den Ingenieur gemacht werden. Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Herstellungsanweisung. Dann könnte ich den Terminator auf die nächste Stufe setzen. Und dann kann ich gleichzeitig Automaskierung da drauf setzen. Dann habe ich eine schallgeschützte Waffe. in Innenräumen und Außenräumen. Also innen, drinnen und draußen. Handhabung und zwar dann lässt sich die Waffe schneller ziehen. Also das Ziehen dauert nicht mehr so lange. Die, äh, das Laden, äh, dauert nicht mehr so lange. Und, ähm, wenn du so gesagt damit zoomst, das ist dann nicht mehr so verlangsamt. Na, weil du ja zoomst, dann zoomt die Waffe langsam rein. Na, so, und das geht dann alles wesentlich schneller. Das kannst du extra setzen bei den Waffeln. Ja, guck mal, die ist auch schon bald fertig. Na, aber da habe ich sowieso noch Platz. Eine Herstellungsanweisung bräuchte ich noch. Deswegen, wenn hier keine Herstellungsanweisungen sind, dann keine Aufträge für Herstellungsanweisungen, dann fliege ich zum Ingenieur und gucke auf dem Weg dahin, ob ich da noch was kriege. Keine Schwerkraft. Magnetkontakt aktiv. Dann wird nämlich auch die, wenn ich jetzt noch eine Herstellungsanweisung finde, dann kann ich die Tormentor auch aufrüsten. Und, äh, das bedeutet im Endeffekt... Suchen Sie zufällig nach einem Transportauftrag? Äh, zufällig. Ich werde erstmal jetzt hier unten runtergehen und das Material verdichten. Das vergesse ich jedes Mal. Ich war hier mindestens viermal jetzt schon in der Station und jedes Mal habe ich vergessen aufzurüsten, dass ich kein Material mehr einpacken kann. Ihr Wunsch sei uns Befehl. So. Jetzt erstmal gucken, dass hier ein bisschen Verdichtung stattfindet. Ne, hier brauche ich gar keine Verdichtung. Aber hier brauche ich Verdichtung. Das war ganz dringend. Das Material um eine Ende. So, ähm, das sind 16 Stück. Mal gucken. Gucken wir mal, ob wir da... Okay. Es sind 16 Stück. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Okay, egal was ich mache. Er zieht runter und ich kann nichts kleineres als drei einmal runterziehen. Und gut, dann mach mal. Das bringt Ihnen einen guten Preis. So, jetzt habe ich schon mal eine Verdichtung durchgeführt. Ich muss unbedingt wieder... ...was loswerden an Material. An Material wohlgemerkt. Wäre das alles. Deswegen muss ich zum Ingenieur. Ja, Handhabung ist ein Mod. Sonst kann ich das gleich auch nochmal zeigen. Immer eine Freude, Kommandant. Gehe ich mal nach oben zum... Weil das ist einfacher zu zeigen als ein Monitor. Sie brauchen einen Waffen-Upgrade. Man muss auf alles vorbereitet sein. Oder schneller zu zeigen. So, muss man so. Sicher. Ja. So. Und wenn ich jetzt in die... Warte mal. Wählen wir erstmal die... Manticore. So, und hier ist das... Hier habe ich schnelle Handhabung. So, und das bedeutet, dass die Waffe schneller zu ziehen ist, schneller fokussiert, schneller zu laden ist. Ja, und Geräuschunterdrückung ist schon drin. Und diese... Wo kann man das sehen? Hier. Die Geräuschunterdrückung verringert das Waffengeräusch in der Umgebung von Atmosphären. Also sprich, in Innenräumen. Da ist ja Atmosphäre. Außen ist ja keine Atmosphäre in dem Sinne. Ne? Beziehungsweise teilweise schon. So, und deswegen... Du brauchst eine einmal für Außen. Das nennt sich dann Audiomaskierung. Das bräuchte man dann auch noch. So, und das will ich mir dann holen hier für diese auch noch. So, und dann habe ich eine relativ geräuschlose Waffe. Die ist wirklich so, wie sie ist, jetzt hervorragend. So, und die hier, die kriegt auch noch ein Upgrade auf Stabilität. Obwohl, ich arbeite die ganze Zeit mit dem Gedanken, doch größere Reichweite zu nehmen. Weil, äh, nur dann, die Stabilität wird unbedingt gebraucht. Also, sonst machst du einen zweiten Schuss ins Leere so ungefähr. Deswegen, ja, Nachladegeschwindigkeit. Das wäre so eine Sache, die könntest du weglassen. Und dann könntest du Stabilität, Visier und zweimal größere Reichweite nehmen. Dann hättest du ein richtiges Scharfschützengewehr. Ein reines Scharfschützengewehr, ne? Aber die Nachladegeschwindigkeit ist eben, wenn du dann die auch noch für etwas anderes benutzt. So, und zu spät nachgedacht, du kannst es nicht wieder rückgängig machen. Also, ist ergo zu spät. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Herstellungsanweisungen kriegen. So. Gucken wir einfach mal. So. Herstellungsanweisungen. Eine. Super. Das ist ein ganz einfacher Nippel-Trippel. Das ist so einfach wie nur irgendwas. Noch irgendwelche Herstellungsanweisungen. Nö. Ja, das ist jetzt dann die eine, die mir noch fehlt, ne? Ist doch eine, oder? Irre ich mich? Ja, eine. Eine einzige Herstellungsanweisung. Super. Dann könnte ich die Tormento auch auf... äh... aufleveln. Und dann... habe ich gleich, was ich will. Super. Also bringen wir mal ganz schnell das Paket weg. Ja, die Spektralanalyse-Daten habe ich jetzt zusammen. Deswegen würde ich ja eigentlich zum Ingenieur fahren, aber... wenn ich gleich mehrere Sachen machen kann, ist das natürlich ideal. Mal. Und dann sind die... der... der... Artemis ist dann durch. Ja, die... die Excusion wäre dann durch. Die... der... äh... Tormento wäre durch. Super. Dann kann ich mich auf andere Waffen wieder interessieren, die ich dann noch machen wollen würde. Aber beziehungsweise hier die Die Karmak, den Raketenwerfer will ich auch noch pimpern. Ruhe Sicherheit, mal wieder, ja? Alles klar. Vier Mods. Also du kannst sie bis auf Stufe 5 aufleveln und somit vier Mods da reinsetzen. Also bei Stufe 1 passt noch kein Mod rein, bei Stufe 2 passt ein Mod rein und so weiter. Dann jeweils ein Mod. Und somit hast du vier Mods, die du einsetzen kannst. Die Zusammenstellung der Mods ist, ja, da ist viel möglich, deswegen... Und unbedingt brauche ich mehr Anzüge mit Nachtsicht. Insbesondere den Maverick, weil den Maverick brauchst du immer wieder. Da macht Nachtsicht echt Sinn. Klar, in der Nacht. Ansonsten brauchst du Nachtsicht nicht. Oder wie man es eben hatte, in der Dämmerung, wo dann teilweise Gebirge im Schatten ist. Da konnte ich ja gar nichts sehen. Das war sehr interessant. So. Wieder mal dran vorbeigeflogen. Ja, kann ich jetzt schon die Rolle machen. Ja. 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 Orbitalfug aktiviert. Ja, ein bisschen weit weg von der Station. Oder? Schaffe ich das noch? Was schade ist, dass man nicht bestimmte Mods auch wieder aus der Waffe rausnehmen kann. Zum Beispiel, warum erweiterte Ladekapazität größeres Magazin? Das kann man auch normalerweise aus der Waffe ziehen. Aber, geht nicht. Fest verbaut. So, Landererlaubnis. Landererlaubnis verweigert. Bus? Achso. Ja, ist eine kleine Station. Alles klar. Außerdem liegt da liegende Teile im Schatten. Ist das doof? Das war doof, dass ich da das... Schub noch keinem ab. Sowas blödes. Das war alles. Das war alles. Alles klar. wieso nicht einsatzbereit was denn wieso habe ich ich habe vergessen ich habe vergessen 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 wie weit ist es entfernt 400 meter vergisst so da hinten da hinten kann ich gut landen da ist die lande besser dann wieder zurück dann doch auf der soll landen weil sonst heißt es wieder ich habe die landepiste blockiert ist doof sie sind unbefugt in diesem bereich eingetreten unbefugten bereich verlassen ok 200 meter muss ich entfernt sein ok ich habe nämlich leider mein suv verloren gut gehen wir gleich mit maverick da rein das ist keine keine gute idee weil ich brauche leisen anzug leisen anzug und der einzige leise anzug den ich habe ist mein kampfanzug den habe ich mit mod leise trete ausgerüstet das bedeutet wenn du irgendwo runter springen oder rauf springen ist insbesondere sicherheits stufe hoch ist hier so jetzt brauche ich jetzt mein computer das 0 Ich bin ja auch null, also insofern brauche ich auch keine Angst haben vor der Polizei Ich habe eigentlich, das Paket ist nicht illegal aber insofern sollte es gehen Nicht zu vermelden Warten Sie, Kommandant Ja, scann mich Ich werde sie jetzt scannen Scannen festgestellt Ich dachte, Kommandanten wären gesetzestreu, gehen Sie weiter Ich habe nämlich noch ein Kopfgeld aus einem anderen System So, hier ist nämlich ein Computer, da kann ich gucken, wo der Knabe ist Ja, das sehe ich auch so Haben halt fest eingebaute Mods Zielfernrohr kannst du auch auf ein anderes Ding schrauben Heutzutage da nicht mehr Wie auch ein Magazin nicht rausnehmen kannst Und in Na Ja Also klar Für einen bestimmten Typ von Waffe braucht man natürlich eine Magazinart Das könnte man doch gerade so erklären Aber ich kann doch dann von einer Manticore das Magazin in eine andere Manticore stecken Nichts zu vermelden Ey, schreib mir nicht ins Ohr, du Vogel Schreib mich hier an Ich will einen Moment die Mitarbeiterliste, muss ich Er ist hier aber nicht da Achso Schrank 4 im Verbindungsweg Verbindungsweg a Verbindungsweg a Verbindungsweg a Verbindungsweg a Ja, eigentlich ist es dann hier, ne Ja, eigentlich ist es dann hier, ne Jo Ja Das ist dann hier 8 1 5 Da ist es. Mission Status aktualisiert. So, jetzt bin ich aber illegal. Deswegen muss ich mich hier raus verpiegeln. Verlangen von Druckumgebung. So, Scheiß auf Material. Hauptsache erstmal die... ...den Scheiß hier abgeben. Wenn ich mein... ...mein SUV nicht in der Nähe habe, dann bin ich nicht glücklich. Weil damit kannst du wenigstens schnell flüchten. Aber die Drohnen... ...perpetens abzuhängen, ist so gut wie unmöglich. Wieso Nachricht gelöscht? Schon wieder das Falsches geschrieben. Egal. Fahrwerk eingefahren. So. Transaktionen. Gehren sie zurück, ja. Alles klar. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4 3 2 1 Sprung. Victor. Altes Haus. Na, läuft der Rechner wieder oder ist er immer noch tot? Victor dreht nämlich auch immer seinem Rechner den Hals um. Na, erst war es die Grafikkarte, dann war es der Prozessor, glaube ich. Oder war es erst der Controller? Irgendwas ist immer kaputt, sodass irgendwas nicht geht. Er kriegt es immer wieder hin. Dann läuft es ein paar Tage und dann sind alle wieder hin. Ganz einfach, weil ich erstmal an den Rechner wollte. Ich habe nicht nach oben geguckt, muss ich auch dazu sagen, dass es in Schrank 4 ist. Na, ich dachte, das wäre eine Person, der ich das geben muss. So, und da brauche ich eigentlich nur ein Terminal, um dann diese Person im Außenbereich zu suchen. So, und, äh, normalerweise gehe ich so vor, wenn es eine Person im Außenbereich ist, dann bringe ich eigentlich der Person das und dann kümmere ich mich eigentlich um den Rest. Also, Alarm ausschalten und so weiter. Aber hier jetzt so, geht so. Na, super. Also, du lebst auch nur für deinen Rechner, ne? Da wird ja ständig was ausgetauscht. Aber Aria muss auch noch, dauert auch noch einen Monat, bis der Rechner wieder da ist. So, schalten wir mal auf Automatik. Dann kann ich eben das Geschirr rausbringen. Wollen wir was zu trinken holen? Wow. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier habe ich ja nichts mehr diesen kleinen Fehler zu korrigieren ja, 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 laber nicht so warte mal nochmal 4000 und dann kann ich die 92.000 nehmen nehm ich die 100.000 voll dann ist der Fehler schon mal korrigiert gut so, und jetzt gucken wir nämlich mal laschen, laufen und jawohl jetzt kann ich nämlich die mentor schon mal tormentor schon mal updaten ja, 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 sehr schön so, tormentor updaten wer ist denn überhaupt aktiv wollte ich gerade fragen marut habe ich schon einmal eingeladen laden wir nochmal eismann ist im offenspiel unterwegs eismann, wenn, dann musst du in die gruppe wechseln gruppenzugehörigkeit habe ich dir schon gegeben, wenn ich mich nicht erinnere geht der auch da rein wahnsinn ja, heismann hat ja, er muss nur die gruppe annehmen ja, und dann mal gucken wahrscheinlich ist er schon in der Staffel, da oben ja, Staffelzeichen hat er schon, also ist er schon in irgendeiner Staffel Interesse an einem Job hätten sie zufällig nee, gerade nicht egal was sie suchen, schauen, man muss auf alles vorbereitet sein so dann wollen wir mal die to mentor upgraden also das ist die bestmögliche Qualität so ja, jetzt, wenn wenn wir nämlich jetzt da reingehen und achso, ich muss brauchen Sie noch etwas? passen Sie auf sich auf ja, werde ich tun so, jetzt kann ich eigentlich wieder ins Schiff einmal wenn ich im Schiff bin, dann wurde auch das Update durchgeführt und dann 50 Kilometer geradelt, ja, das ist ein Stück, ne? Ja, Abbruch, Verbindungsabbruch, das ist toll. Einmal nicht hingeguckt, hast du dann sowas. Na gut. Also, Sitzung, neu. Fliegst du wieder raus, echt. Ja, wer noch kein Abonnent ist, kann ich nur sagen, jeden Samstag gibt es eine Verlosung. War gestern auch wieder soweit. Von den Gewinnern hat sich noch keiner gemeldet. Für den einen Gewinner gibt es einen 5-Euro-Gutschein und für den anderen Gewinner würde es den Jackpot geben. Und das sind immerhin 80 Euro. So. Jetzt gucken wir mal rein und nehmen den... Jetzt fehlt mir nämlich überall alles. Den Tementer habe ich ja gerade upgedatet. Also, löschen. Jupp. Persönliche Ausrüstung. So, und... Jetzt haben wir hier natürlich wieder 15 Herstellungsanweisungen zu machen müssen und so weiter. Aber wir können schon mal die Tementer, die Execution und den Aramis aufwerten. So, die beiden kriegen wir bei Green. Das hier leider nicht, glaube ich. Bei welchen ist das? Mal gucken. Audi Masking, genau. Jaden Bond und... Ja, Jaden Bond. Das ist aber ganz was anderes wie das, was ich da brauche. Denn der hat nicht Jaden Bond. Das ist das Trekking. Trekking ist, glaube ich, ganz hinten. Night Vision. Sprint, Chris, Jump. Toll. Wieso Backpack? Wie soll das denn? Artemis. Artemis hat auch Backpackerweiterung. Okay. 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 Trekking hier. Ne, da muss ich zu andern. Und deswegen, die ersten beiden werden bei Domino Green abgearbeitet jetzt. So, mal gucken, ob er jetzt irgendwas Neues erkannt hat hier. Ah. Er ist im Einzelspieler jetzt. Da geht er wieder, zeigt er wieder was an. Wankman ist auch da. Einen wunderschönen guten Append. Ja, weiß ich nicht. Noch ja. Noch ja. Oh. Und bei dir? Bei dir? Ja, eigentlich auch gut. Ja, auch gut. Domino Green. Äh, Domino Green. Nein. Nicht nach Name. Entfernung. Okay. So, und da ich neu laden musste und neu starten musste und überhaupt gucken, ob die Dinger eingestellt sind hier. Scheiße. Oh, es ist mal eingestellt. Wie selten. So. Dann machen wir das doch mit der... Mit der Kiste hier. Nee. Nee. Machen wir eben nicht. Wo ist mein... Fahrwerk eingefahren. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Brooks Orbital. Ah, da muss ich sowieso hin. Sehr schön. Das passt ja. Ausnahmsweise mal. Frameshift antrieb wird aufgeladen. So, ich nehme da die Sprungkarre. Ja, die Verbindungsabbrüche sind toll. Man sucht Erlebnisse aber eigentlich anderer Art. So, Orbital. Schalten wir auf Automatik. Und was war das? Welches Schiff hatte ich hier noch? Irgendwo auf ne... Oh Mann. Das nervt. Das ist auch etwas, was nervt. Die Steuerung. Die ist so genial daneben. Die ist auch in Brooks. Ja, dann nehme ich die doch eigentlich. Dann nehme ich die doch. Und dann nehme ich doch die Kleine zum Schnellen. Weil ich muss ja zu zwei. Ich muss ja auch zum anderen hin. Wie sieht es jetzt eigentlich mit meinem Rucksack aus hier? Auch nicht... Oh, schon wieder diese Scheißsteuerung, die immer irgendwas macht. Guck dir das an, ey. Du drückst eine Taste und dann geht er dahin, wo er nicht hingehört. Verfluchte Axt. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Boah. So. Was wollte ich denn jetzt überhaupt gucken? Ach so. Ja, ob mein Lager... Wie meine Lagerhaltung ausschaut hier. Ja, ich bin wieder auf 800. Das ist doch gut. Das wird beinahe schiefgegangen. Der Sack der... Das ist doch, ich bin. Wie meine Lagerhaltung ausschaut. Das ist doch, ich bin. Ja, ich bin. Das ist doch, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist doch, ich bin. Ich bin. ja und für die die der spiel eigentlich noch gar nicht haben und es günstig kaufen wollen da gibt es immer eine möglichkeit also das team hatte ja letztens ein angebot das war knapp über 20 euro 22 euro oder sowas mit dlc und einem und sonst ist noch g2a da das geht eigentlich auch immer was kostet im moment g2a um mich doch schon gar nichts zu sagen wieso so so alter falter ich glaube es nicht so aggressiv ich ich krieg nur ein zu viel mit dieser steuerung heute wieder im stream guck sie an ist ja unglaublich das grundbasis spiel kostet 5 euro 60 und dies dies hier weitere für elite dangerous 14 19 das ist heftig habe ich denn so viel ausgegeben ja das frage mich auch also ich habe ich habe auch den vollen preis bezahlt fürs dlc 49 euro wenn ich mir jetzt einmal kaufen können guckst du das ist aber ein netter preis so der andere sagt das spiel ist teuer dann gibt es jetzt was zwischen die hörner so zwei schiffe verwahrt da wird zum ingenieur fliegen die mir das schnellste ich habe noch fracht an bord wie soll ich noch fracht an bord meine güte ich krieg hier echt die krise wieso kann ich denn jetzt in dem seitenmenü wieder nicht oben schalten das ist echt eine kacke du musst erst da raus gehen damit wieder im seitenmenü ich kann trotzdem nicht schalten warum nicht warum kann ich da nicht schalten maus maus bis dane maus lässt sich auch nicht was ist denn hier schon wieder eine steuerung ich kann nicht ins untenmenü jetzt geht das wieder gut ich kann aber nicht schalten was ist denn da los ach jetzt geht es wieder meine güte du manchmal ist der wurm drin okay fortgeschrittene katalysatoren egal auch weg den scheiß also das ist auch das was mich dann daran an dem spiel nervt wenn die steuerung plötzlich aus unerfindlichen gründen irgendwas anderes macht so dann kannst du in die optionen klicken klicken so viel willst da kommst du nicht rein oder musst du erst mehrere tasten gleichzeitig wieder drücken also mittlerweile habe ich ja schon einiges drauf was ich tun muss aber auch es klappt nicht immer das ist das problem ich habe doch noch 20 drohen an bord auch noch weg mit dem dreck ich habe doch noch 20 drohen an bord auch noch weg mit dem dreck also ich habe mich dann schon ein Versches du vermisst auch die abbrüche sull terminal die wartezeiten vermisst beim schiffstausch so autostart ab geht die post alle noch ein so erstmal neue berechnen fahrwerk eingefahren ok das schiff hat automatisch die route neu berechnet finde ich aber auch nicht gerade lustig wenn ich das schiff wechsel dass die route dann automatisch neu berechnet wird vielleicht bin ich ja gerade zufrieden mit der route na ja mit routen haben sie ist sowieso nicht so genau bis später Ach ja, voll Preis, ja klar. Ja der Preis ist doch heiß, oder? 20 Euro? Da hab ich doch selber ein Problem. Bei dir letztens. Wie bitte? Du stehst davor und du kannst nicht klicken, ne? Ja, weil du zu tief bist. Ah ok, ja das. Ah ja, jetzt bin ich einfach auf den Fuß gesprungen und dann geht's. Weil das bei mir so schief hängt. Ach so, ja das, genau, das hatte ich auch. Wenn es so zur Seite gekippt ist und ein Fuß so hoch in der Luft ist, dann bin ich dann auf den Fuß gesprungen und dann funktionierte das. Ach der Fuß reicht schon aus. Ja das ist gut, gut zu wissen. Ich hab ja immer mein Buggy benutzt. Als Hugepack Auto. So, 22, da geht noch was. Außerdem, warum, warum tanke ich nicht? Ein Spritzsammler mit. Wie bitte? Ein Spritzsammler mit. Wie bitte? Ein Spritzsammler mit. Ein Spritzsammler mit. Ein Spritzsammler mit gesammelt. Ja das ist immer, dieser, dieser letzte Effekt beim Schweißen oder was? Da, da, da sind ganz viele. Da, da sind es besser. Ah, das ist so nehm, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 vorhin hatte ich eine echt nette nette begegnung also das war eine nette aufgabe da muss ich eine an eine absturzstelle eigentlich nur was in den kartons suchen aber das problem war da tauchten jungs auf feinde und als wenn sie aus der erde gewachsen sind haben sie meinen meinen mich angegriffen und mein suv zermöbelt ja und dann haben die keine schutzschilder angemacht so dass sie sie im dunkel nicht sehen konntest und auch keine scheinwerfer alter schwede das war nicht einfach dann hat sie teilweise also sehr gut reagiert auch die viecher dass ich echte schwierigkeiten hatte da an die an die kiste zu kommen aber als ich mein schiff gerufen habe sind sie schnell aus also weg vom schiff gelaufen und so konnte ich mich dann daran vorbeischleichen und dann die kisten aufmachen die ich brauchte es war recht interessant also das ist Lichter raus. Ja, viel Spaß, ne? Was immer du auch tun wirst. Demnächst werde ich wieder hier ein bisschen was für die Staffel rühren müssen. Aber dann sind ja auch so die wichtigsten Sachen ausgebaut. Obwohl, ich musste feststellen, nächste Woche kommt ja auch noch das neue Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von wegen, es gibt keinen botanischen Garten hier. Kommandantin. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, Raumanzug Der letzte Anzug wird jetzt klar gemacht Atem ist 5 Tracking Wenn wir stimmen Die alte ist geil Ja, pink Ja, cool Damit haben wir alle 3 Anzüge so weit ausgerüstet, wie ich sie brauch Gut, gut Achso, nochmal Anzugkrams oder Waffenkrams Den Blick Na, voll, voll, super Und Atem ist voll Hm, hab grad nicht aufgepasst Hervorrag So, und jetzt kommen wir zu der Waffenmodifikation Was soll ich aufmotzen? Also, bei mir sind's nur die Manticos Äh, und die Manticor Tomator Kann man nicht Wenn sie zum Zittern neigen Sollte das hier helfen? Nee, dieses Ich neige zwar zum Zittern, aber bei einer anderen Waffe Das ist eher die Executioner, die man das braucht Nämlich die Stabilität Manchmal ist es einfach besser, etwas Abstand zu halten Ab sofort wird man sie Käpt'n Kaltblut nennen Na nett Gut, damit haben wir die Waffe auch Komplett fertig Hm, geht schon klar So, jetzt fehlt nur noch eine Waffe Viel Spaß Oder auch nicht Mach wie du willst Mach wie du willst Ja, super So, ähm, die kann ich jetzt Erstmal raushauen, die beiden Dinger Äh, Commander Äh, Inventar Herstellungslisten Persönliche Ausrüstung Artemis Haben wir Können wir löschen Löschen Jupp So Manticore Executioner Stabilität haben wir So, dann kommt als nächstes Die Manticore Terminator Zum Einsatz Audio Masking Gut, da müssen wir zu Wie heißt die Schnalle? Ja, in Bonn bin ich der Meinung Ist als nächstes Nach Entfernung Wir hatten Bonn Genau, dieses Auch nur zwei Sprünge Gut, gut Los geht's Jochen Ich hab einen Sch idle Eben Entfernung 2 Marie gut Foto Voto Taka Voto Voto Taka Voto Naturi Grazie Voto Voto Taka Voto Voto so Iceman ist noch mehr Einzelspieler? Okay. Also ich habe jetzt immer noch die andere Trullada zu machen. Ich muss noch meine eine Waffe jetzt auf Audimars setzen und dann habe ich eine schallgedämpfte Waffe. Die Tormentor, den kann ich dann überall rum ballern, es sei denn der Typ steht daneben. Ach, Ziel verdeckt, okay. Dann erstmal den. 4, 3, 2, 1, Ruh. 5, 3, 2, 1, Ruh. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 David, 2020 Die ZDF, 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 2020